Wir ziehen Bilanz. Was war geil, was war großartig, was war verdient in den Top Ten für uns. Herzlich willkommen zum Kino-Jo. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, mal einen kleinen Applaus. Ja, da klatschen wir doch mal. Zum Jahresabschluss hier bei Kino Plus mit einer wundervollen Besetzung. Wir haben die Antje da. Wir haben den Thilo extra aus Köln einreisen lassen. Wir haben Andi da, wir haben Eddie da. Und ich sitz natürlich auch hier. Und wir wollen heute über, ja, unsere Lieblingsfilme oder eben die vermeintlich besten Filme des letzten Jahres reden, die man aber nicht unbedingt mögen muss, ne? Das ist ja schon so ein Thema, was jetzt hier im Vorfeld zu ein paar Problemen geführt hat. Ja, wir wollen einfach mal wie gewohnt in zwei Hälften unsere Top Tens ein bisschen ergründen, ein bisschen babbeln, ein bisschen schwätzen. Und natürlich auch so ein bisschen alles Mögliche aus dem Jahr noch mal irgendwie mit reinfallen lassen. Weil es ist ja doch in diesem Jahr ... Es war trotzdem kein einfaches Jahr. Obwohl jetzt diese ganze Corona, äh ... Ja, Problematik irgendwie vorbeischien, kam direkt das nächste große Problem, nämlich ein Doppelstreik in seiner Existenz fast einzigartig, aber in seiner Länge auf jeden Fall, glaub ich, schon länger als alles, was bisher irgendwie gewesen ist. Und das hat ja auch für Probleme gesorgt. Und gleichzeitig erleben wir jetzt auch so ein bisschen ... Also, wir haben's im Vorfeld, habt ihr ja schon drauf hingesprochen, ähm, ich hab das Gefühl, wir haben hier grade ne ... Im großen Blockbuster-Kino eine gewisse Problematik, ähm, die noch nicht wirklich richtig im Griff ist, und die wahrscheinlich auch irgendwo zu einer doch deutlich sichtbareren Veränderung führen wird. Weil, du hast es im Vorfeld schon angesprochen, und was ist mit den CGI-Effekten los? Warum ... Oder Tilo. Äh, warum, äh, sind so viele Filme irgendwie so teuer und sehen dabei irgendwie aus, als wären sie vielleicht noch aus den 2000ern zum Beispiel? Und warum schaffen es andere Filme mit deutlich geringerem Budget irgendwie so gut auszusehen? Also, das war ja, das ist ja zum Beispiel ein großes Thema, was dieses Jahr mit entstanden ist. Auch dann einhergehend mit den Streiks und eben, dass zum Beispiel die VFX-Community, die Gilde, die Gewerkschaft, beziehungsweise die Artists, dass die jetzt erstmals ne Gewerkschaft gegründet haben. Weil's halt einfach offensichtlich nicht mehr so weitergehen kann wie bislang. Ja. Ey, ich mein, ich hab da keine Ahnung, wo wir grad bei diesem VFX-Thema sind, aber da ja auch Videospiele auch mehr oder weniger auf die gleichen Leute setzen und die Videospiele auch immer krasser aussehen, und immer krassere CGI-Trailer und weiß ich nicht was haben, was ja so ein bisschen ... und sich den Kino auch annähert. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ne Vermutung wäre, dass es halt einfach irgendwann ... Es gibt vielleicht so 3000 superkrasse VFX-Artists. Ja. Dann gibt's 2000, die sind so mittel und so weiter und so fort. Also, es kann ja nicht ... Es kann ja nicht einen unendlichen Quell an VFX-Artists geben, die alle gleich gut sind oder über die gleichen Sachen verfügen. Und dann kommen halt die großen, sollte man meinen, die großen Filme, die schnappen sich erst alles weg. Und wenn man mal so die Credits von so einem Marvel-Film oder so sieht, wie viele Leute da dann auf der Payroll sitzen ... Beziehungsweise viele Firmen. Oder Firmen. Das sind ja mittlerweile sechs, sieben Firmen, die da ... Und du darfst nicht vergessen, auch mittlerweile, ne, alle Zeichentrickfilme für Kinder oder alles Mögliche, ist alles CGI. Also, da ist ja ein Demand, den weiß ich gar nicht, wie der überhaupt gedeckt werden kann, der sich auch so krass entwickelt hat, so schnell kommen die ja gar nicht nach. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einer von wahrscheinlich mehreren Gründen ist, warum eben nicht alle Filme megageil aussehen. Jetzt hab ich aber Angst davor, wo du sagst mit den Computerspielen, dass das die Budgets von den Kinofilmen jetzt rausgezogen werden in die Computerspiele rein. Wenn die Computerspiele immer krasser werden vom Look und die Filme immer schlechter, dann hab ich direkt Schiss davor, dass das Kino nicht mehr die Bedeutung hat, die ich es mal hatte. Vielleicht ist das ja sowieso so. Aber wenn das sich jetzt schon so verschiebt ... Naja, das ist halt die Frage. Hat das Kino noch die Bedeutung wie zuvor? Wir haben ja dieses Jahr ein, sag ich mal, auch großes Beispiel gehabt, wo wir alle gedacht haben, Alter, was ist denn jetzt los? Wie kann's denn sein, dass zwei so völlig gegensätzliche Filme wie Barbie und Oppenheimer plötzlich aber Leute en masse wieder ins Kino lotsen, was vielleicht vorher so ein Film wie Top Gun geschafft hat oder was die Marvel-Filme vielleicht geschafft haben mit so einem großen Finale wie Avengers. Avatar dann noch so. Aber plötzlich kommt ein Film über einen Physiker und eine Plastikpuppe. Und ja, wir haben ... Also, gerade Barbie ist der erfolgreichste Film des Jahres. Ja. Und trotzdem, weiß ich nicht, scheint mein Eindruck auch, dass ... Also, ist mein Eindruck auch, dass das Interesse am Kino geringer wird. Ich hab da eine Theorie. Irgendwann als du's gesagt hab, hab ich überlegt. Es sind mehrere Faktoren. Natürlich Streiks ist das eine. So, dann sind wir grade auch ... Die große Marvel-MCU ist ... Die Reihe ist zu Ende. Marvel war immer so, solange diese Endgame-Story erzählt wurde, hatten die immer zwei, drei absolute Top-Filme im Portfolio. Das ist nicht mehr. Viele haben da aufgehört, muss neu besetzt werden. Star Wars zu Ende, auch übersättigt durch die Serien. Da geht schon das zweite große Disney-Franchise. Indie haben sie's noch mal versucht. Haben wir erneut drüber unterhalten, wer war da eigentlich für diese Filme die Zielgruppe. Für die junge Generation ist der zu alt und zu, weiß ich nicht, für die alte ... Für die alten Fans wahrscheinlich zu neu und anders oder was auch immer. So, das heißt, mit Disney hast du schon so einen Major in der Krise. Dann hast du die ganze Streaming-Geschichte. Jeder und seine Mutter hat mittlerweile seinen eigenen Streaming-Dienst und überlegt sich, ob er das nicht lieber per Streaming rausbringt oder nur zwei Wochen ins Kino. Und dann sitzt du da und denkst dir, guck ich den jetzt ... Guck ich jetzt vier Stunden Killing ... Nee, Flowers of the Killing Moon. Guck ich den jetzt vier Stunden im Kino oder warte ich, bis der rauskommt und guck den gemütlich auf dem Sofa, kann auch mal aufs Klo gehen. Wie auch immer. Da kommen so viele Faktoren an. Videospiele werden immer krasser. Die junge Generation hängt nur noch vom Rechner-Streaming. Die sind nicht mehr diese Filmfreaks, die wir waren, die in den 80er-Jahren nix anderes hatten, außer die Videothek und mit Filmen sozusagen groß geworden sind. Ich seh das an meinen Kids. Ich sag, ey, Wochenende, wollen wir einen Film gucken? Da sagt er mir, nee, das sind ja zwei Stunden, die ich Fortnite spielen kann. Ja. Ja, ist so. Das sind zwei Stunden, der hat ein gewisses Screentime. Und dann will der lieber Among Us spielen oder mit seinen Kumpels Minecraft spielen, als zwei Stunden lang sich einen Film angucken, wo er noch nicht mal weiß, ob der ihn interessiert oder am Ende gefällt oder so. Und dann ist die Screentime für den Tag aufgebraucht. Also, was ich sagen will, ich glaube, es kommen ganz viele Faktoren, die grade die Filmbranche zu tackeln hat und weshalb alles so ein bisschen grade im Umbruch ist mit ungewissem Ausgang. Ergänzungen noch, ne? Warner, das ganze DC-Universum, wofür, was, was waren jetzt? Wie viele Filme hatten wir jetzt gehabt dieses Jahr? Drei, vier? So viele, Warner. Flash, Blue Beetle, Aquaman. Ja, drei. Black Adam. Black Adam. Und alle Flops. Okay, das ist aus dem letzten Jahr. Aber wir haben vier Filme, die wirklich deutlich unterperformt haben, weil es auch irgendwie keinen mehr interessiert hat, als Warner bekannt gegeben hat, dass Sean Gunn das Ganze jetzt noch mal von vorne aufzieht. James Gunn. Ja, James Gunn, Entschuldigung. Also, weißt du, da hast du noch mal einen Player, der wegfällt so, ja? Und was bleibt übrig? Der Mario Bros-Film. Also, Illumination ist momentan irgendwie das Maß aller Dinge, was Animationserfolg angeht, find ich. Mhm. Und dann, was waren die großen Hits? Was aber ganz schön ist, um das mal ein bisschen was Positives hier reinzubringen, ich weiß, das erste Halbjahr, und da fällt ja Babenheimer noch nicht rein, war wieder angeglichen von den Zahlen her, in Deutschland zumindest, an vor der Pandemie. Und das, find ich, ist eigentlich ganz gut, wenn man dann noch das zweite Halbjahr hinzurechnet, wo ja Oppenheimer und Barbie dann eben erst recht performt haben, da kenn ich aber die genauen Zahlen noch nicht, aber das erste Halbjahr, wie gesagt, ohne Babenheimer, schon wirklich gut performt. Ist ja eigentlich auch ganz schön, auch wenn vor der Pandemie nicht der größte Maßstab ist, ähm, aber immerhin ein etwas Positives. Also, ich will nur sagen, ich will jetzt auch nicht wirklich alles irgendwie schwarzmalen oder sagen, das Kino ist vorbei oder sonst irgendwas. Also, dafür trete ich auch jetzt noch weiterhin gerne an, um zu sagen, nein, das geht nicht, weil auch dieses Jahr gab's im Kino schöne Sachen, ja, deswegen sitzen wir ja hier, oder es gab auf jeden Fall Sachen, die man sich anschauen konnte. Aber ich find, die Diskrepanz zwischen, wir haben so was wie Oppenheimer und Barbie, wirklich ein Überraschungserfolg, ja, mit zwei völlig unterschiedlichen Themen, oder, ja, ich mein, Super Mario fand ich jetzt nicht überraschend, dass der Erfolg hatte, so, ja. Nee. Und wir haben dann aber halt so, ähm, so Abfälle zwischen halt, ja, Marvel strauchelt wirklich erstmals derartig in ihrer Geschichte, wie sie's noch nie gestrauchelt, wie sie noch nie gestrauchelt sind. Ähm, die Warner-Filme sind alle irgendwie, haben, treffen auf kein Interesse mehr. Großinvestitionen wie Mission Impossible 7 oder, oder Indiana Jones 5, ja, werden auf einmal plötzlich deutlich hinter den Erwartungen, oder bleiben deutlich hinter den Erwartungen. Und wir haben so irgendwie, find ich, es gibt weniger Filme, die viel, viel, viel einspielen. Und es gibt viele Filme, die zu teuer sind und dafür nicht genug Leute holen. Ich glaube, vielleicht, klar, ich mein, vielleicht sind die Leute einfach dieses ganze Spektakel doch ein bisschen light jetzt, weil sich alles wiederholt hat, weil man gemerkt hat, wie viel Zoom-Meetings nötig sind, um ein Drehbuch auf Form zu bringen und das alles am Ende wie eine Konfektionsware aussah. Vielleicht geht's jetzt ein bisschen da wieder in die Richtung zurück, dass man wieder was Anspruchsvolleres sehen will. Also hier der Junge und der Reiher, Platz 1 in den USA von Miyazaki, wer hätte das jetzt erwartet? Und ich habe heute ... Selbst der Godzilla ist ja so ein bisschen anspruchsvoll. Und der hat auch tatsächlich ... Und das ist wirklich ein potenzielles Spektakel-Ding. Der nimmt das komplett zurück und geht dann so nach vorne mit den Einschaltquoten, wollte ich schon sagen. Und der hat jetzt aber auch weltweit, hat der echt gut eingestellt. Ja, eben, das ist es eben so. Warum dann plötzlich auch solche Sachen mehr punkten, wenn sie zurückgenommen werden, wenn sie ein bisschen bescheidener auftreten? Das ist ja vielleicht auch eine Richtung. Das ist vielleicht eine Richtung, dass das Kino vielleicht wirklich insgesamt etwas kleiner wird. Weil kleinere oder anspruchsvollere Filme können sicherlich nicht das bieten, an Geld generieren, was diese ganz großen Marken geschafft haben. Aber vielleicht gibt es dann einen neuen Level. Und vielleicht stärkt das eine ganz andere Form von Film. Und ich habe heute zum Zeitpunkt der Aufnahme auch wieder in Deutschland gesehen, dass Anatomie eines Falls von der letzten zu dieser Woche um 90 Prozent zugenommen hat. Nach der Nominierung wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und was ich auch dieses Jahr so ein bisschen bemerkt habe, ist, dass ja auch so diese Filme, die endlich mal wieder länger laufen dürfen im Kino, nehmen wir einen Elemental, der als Flop gestartet ist und jetzt wirklich zu den zehn erfolgreichsten Filmen des Jahres gehört. Wish hat gerade genau das Gleiche, ist bei Kinderfilmen ja auch immer dankbar. Das ist ja bei den meisten so. Aber auch ein Sonne und Beton, wie lange der in den Kinos gelaufen ist und über die Wochen immer mehr oder auch Wochen in Rebellen. Die haben über die Wochen immer mehr zugelegt. Und das finde ich schön, dass Kinos Filmen wieder die Gelegenheit geben, lange performen zu dürfen, weil sie hätten Elemental auch nach zwei Wochen rausschmeißen können. Das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch begünstigt durch den Streik. Oder durch die Streik. Das könnte sein, ja. Aber ich möchte mal kurz, ich habe hier gerade was rausgesucht für euch. Das Kinojahr 1990. Ich lese mal so ein paar Releases vor, okay? Ich habe das noch gut in Erinnerung. Ja, glaube ich. Deshalb mache ich das gerade mal. Nur mal zum Vergleich. Zeit des Erwachens. Goodfellas. Okay, Werner, der Film, lasse ich jetzt mal raus. Kevin Alleinshaus. Edward mit den Scherenhänden. Total Recall. Pretty Woman. Hexen, Hexen. Scheeleiner Faust gleich mal raus. Ist nicht jedermanns Sache, aber. S, Stephen King's S, Misery, Der mit dem Wolf tanzt, Jacob's Ladder, Quickly der Australier, Leon mit Jean-Claude Föller, Ghost Nachricht von Sam, Crybaby, Jagd auf Roter Torber, Turtles der Film, Days of Thunder. Das ist alles 1990? Alles 1990. Herr der Fliegen, Nikita, Millers Crossing, Kindergarten, Cop, Wild at Heart, Flatliners, Hitlerjunge Salomon, So ein Satansbraten, Tremors, King of New York, Arachnophobia, Dick Tracy, Kremlins 2, Predator 2, Darkman, Rocky 5. Das war 1990? Exorcist 3, Stirb langsam 2, Die unendliche Geschichte 2, Robocop 2 und wieder 48 Stunden, Zurück in die Zukunft 3. Ich brauch gar nicht, weil ich glaub, ist jetzt schon klar, worauf ich hinaus will. Das ist eine Liste an Filmen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen verklebt, ich würde vielleicht auch heute nicht mehr jedem Film da vier, fünf Sterne geben oder so, aber wir sind so weit weg von so einem Release-Kalender, das ist nur 1990, ich kann auch, ich hätte jetzt auch 89 oder 91 nehmen können, da wäre ähnliches dabei. Also mir kann keiner erzählen, dass ich jetzt ein Boomer bin, der das durch die verklärte Brille sieht, das ist eine andere Qualität. Ich kann ja noch das zeitgenössische Gefühl so ein bisschen abrufen von 1990, das war einfach normal. Ja. Das war einfach normal und man hat das Zeitgenössische gar nicht zu würdigen gewusst. Genau, man ist nur ins Kino gegangen, nicht mal für einen Film, sondern wir gehen mal ins Kino und dann stehst du an der Kasse und guckst, Ah, das oder das. Genau, dann haben sich alle nur auf Total Recall gefreut. Ich war dreimal in Total Recall. Ich hab das ganze Jahr auf Total Recall gewartet. Das ist für mich das Jahr mit Total Recall. Und ich weiß noch, dann gab's noch Ninder Turtles, die haben irgendwie nämlich noch den Konkurrenz gemacht. Und der Rest lief halt, weil's halt lief, nech? Und wer weiß, wie man dann über dieses Jahr wieder denkt in 20, in 30 Jahren, ne? Ich glaube, man wird sich in 30 Jahren an dieses Kino ja schon allein wegen Badenheimer ... Vielleicht, vielleicht ... Ey, da gab's Badenheimer und dann ... Und dann gab's Godzilla und Killers of the Flower Moon und wer weiß, was wir dann in 20 Jahren dann sind, gibt's nur so Animation ... Oder gibt's ... Also, was mir an deiner Liste halt auffällt zum Beispiel ist vor allem eine Sache, der deutliche Unterschied zwischen ... Also, in der Vielfalt, wie viel Komödien noch im Kino. Ja, das ist vorbei. Aber auch wie viel Erwachsenen-Content. Genau, ja. Das stimmt. Aber ich fand's jetzt schon erstaunlich, wie viele Fortsetzungen du vorgelesen hast. Das Game war voll im Gange. Und auch war mal's schon. Weißt du, was ich grad krass fand? Dass zwischen Rocky V und Rocky I nur 14 Jahre waren. Das hab ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, es sollte ja immer weiter und schneller gehen, ne? Ja, ja. Und dann kam ja der berühmte Gag gegen wen ich solle kämpfen. Im Außerirdischen? Ja. Der war auch schwach, Rocky V, ne? Ich hab hier nur das eine Mal gesehen, nie wieder. Kommikant. Ja. So, Rocky gegen Jason. Das wär was gewesen. Rocky gegen Jason würd ich sofort sagen. Das würd ich mir wär ich sofort dabei. Aber Rocky gegen Freddy wär auch lustig, weil Freddy ist noch ein bisschen agiler und dann ritzt der. Ja, aber der hat ja die Krallen, also der ist doch scheiße. Ja, aber dann ritzt der so, dann kriegt der andere eine. Der andere hat eine Machete, ist auch nicht easy. Ja, aber der kann auch ohne die Machete antreten. Aber Robert Englund muss auch manchmal einstecken und dann ist der so ein bisschen hektisch. Dann spratzt er sich selber. Genau. Da wär ne Menge Potenzial. Eine Sache noch. Ist ein bisschen doof, dass wir das jetzt hier aufgreifen, weil diese Folge kommt nach Weihnachten raus und das Thema war bis dahin schon auf jeden Fall breit in den Medien. Was sagt ihr noch jetzt zu der Jonathan Majors Geschichte? Ich weiß nicht, ich hab gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Nee, du hast keine Ahnung. Ist verurteilt worden jetzt. Ja, genau. Für ein halbes Jahr. Was war das noch? Nee, das, das, naja, er wurde angeklagt mit seiner Ex-Freundin, englischen Tänzerin, glaube ich, dass er sie im Auto angegriffen hätte. Ist das der Dunkelhaarige mit dem, jetzt, jetzt, das soll der neue Superbösewicht von Marvel sein. Der Kang. Ach, der Kang. Dieser supercoole, also ich hab ja echt viel, ich hab mir viel von dem versprochen, ehrlich gesagt, dass ich den das erste Mal gesehen hab. In irgendeiner Serie hab ich den, glaube ich, gesehen. War der nicht in der, in der Watchmen-Serie? Oder war das ein anderer? Uh, ich glaube, der war in dieser H.P. Lovecraft-Serie. Ah, ja, ja, genau. Das ist die. Da dachte ich, oh, das kann gut werden. So, und dann kamen halt diese Gerüchte raus vom halben Jahr, glaube ich. Oder vom Jahr vielleicht sogar schon? Ja. Und jetzt gab's aber wohl vor Gericht wohl teilweise echt erdrückende Beweise. So zum Beispiel ein Video, was sie aufgenommen hat. Uh. Oder eine Mail, oder eine Nachricht, die er ihr geschrieben hat, so von wegen, geh bitte nicht ins Krankenhaus wegen deiner Verletzung, das ist nicht gut für mich und solche Sachen. Uh. Und, ja, es sieht jetzt alles nicht so gut aus und Marvel hat ja ohnehin jetzt schon seit einem Jahr gesagt, Vorsicht, also, haben nichts offiziell gesagt, aber man merkte, dass sie erst mal abwarten und gucken, ob sie denen jetzt wirklich zum großen Mega, Star aufbauen, was problemlos machbar gewesen wäre, ohne diesen Zwischenfall, glaube ich. Und jetzt haben sie ihn gekündigt, ja. Ja, instant. Ja, also, wie nach einem Jahr mal abwarten und jetzt kam das Urteil und er so, okay, jetzt reicht's. Also, mich wundert es nicht, weil sie haben doch auch diesen einen Jonathan Majors Film, der jetzt auch passend zur Oscars-Season rauskommt. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber der war ganz groß, irgendwie ganz große Chancen und wir haben sie doch auch gekürzt. Er lief bei Sundance, da hat er, glaube ich, seine Premiere gehabt und wie gesagt, riesengroßes Potenzial und den hat Disney ja auch schon rausgenommen aus dem Portfolio. Also, es wundert mich jetzt nicht. Nee, mich wundert's auch nicht. Ich find's nur halt jetzt spannend, was sie machen, weil Eiger ja schon die ganze Zeit irgendwie von mehr Qualität und ein bisschen mehr Überlegung und auch die Effekte müssen alle besser sein und so weiter. Und jetzt haben sie halt echt gerade einen enormen Dämpfer nochmal bekommen, sowieso zu Streik und Corona und was weiß ich so. Ich bin jetzt einfach nur gespannt, wie sie mit der Situation umgehen, ob sie jetzt einfach sagen, naja, wir sind im Universum, der kann auch so und so aussehen. Das wäre einfach. Müssen sie. Ich mein, sie können ja nicht die Figur löschen. Sie haben ja so viel geplant mit der Figur. Naja, sie haben ja, also der eine Film hatte ja im Untertitel schon The Kang Dynasty oder irgendwie so. Naja, deswegen. Das haben sie schon geändert. Die Frage ist jetzt, gehen sie auf einen neuen Oberschurken oder ersetzen sie Kang durch einen anderen Schauspieler? Aber warum nicht Doom? Das ist ja ein so ein, das ist doch der komplett logischste, also ich weiß nicht, Kang kenne ich gar nicht. Kann der irgendwas? Der wird so subtil aufgebaut seit ungefähr 3, 4. Aber ich meine, die brauchen ja, ich meine, Das sollte der neue Thanos werden. Genau, aber mir geht es einfach nur um die Power des Charakters, weil ich bin ja jetzt nicht, der hat schon seine Power. Also es reicht ja nicht, wenn er einfach ein Auto hochheben kann. Der ist schon ultramächtig, glaube ich. Der ist schon sehr, sehr mächtig. Vor allem gibt es den halt zigtausend Mal. Ach so, das ist halt. Gibt es tausend Mal? Ja, ja, der hat halt so dubliert durch diese ganzen Multiversen halt. Ah, okay. Und es gab halt in dieser bisherigen Marvel-Tileline wurde es halt irgendwie so erzählt, dass es einen gab, der hat alle weggesperrt. Aber eben, weil sie den einen umgebracht haben, sind sie jetzt alle in der Lage, wieder auszubrechen. Und das ist halt das Ding, was jetzt halt passieren sollte. Und wie gesagt, sie haben halt sehr, die Strategie war sehr auf diesen Mann ausgerichtet. Und das fand ich halt schon, nach so vielen, sag ich mal, auch Problemen, die Marvel mit der Bindung an so Stars oder an Schauspielern, bestimmte Schauspieler gehabt hat, fand ich das, ja, mutig, dass man das nochmal gemacht hat. Aber trotzdem ist es ja eigentlich für meine Begriffe ein ziemlich vorbildliches Verhalten von Marvel. Ja. Es gab Gerüchte, dann wurde das quasi behandelt, wurde analysiert von einem Gericht, Gericht kommt zu einem Gegend, und sie sagen, okay, das ist jetzt Fakt, der geben wir entsprechend. Ich kritisiere da auch nicht das Vorgehen, weil das, das, ja, können sie sich, glaube ich, auch in einem Land wie Amerika einfach nicht erlauben. Und wir haben ja halt bei einem anderen Film, der in diesem Jahr gestartet ist, gesehen, wie problematisch es ist, wenn jemand da sitzt oder beziehungsweise jemand in der Hauptrolle spielt, der halt wirklich umstritten ist. Aber ja, das führt uns ja eigentlich, aber ich muss noch sagen, krass für ihn, weil, also, nicht, dass ich jetzt Mitlapper, wenn er da schuldig ist, ich weiß gar nicht, was da vorgefallen ist, aber du stehst davor, irgendwie ein absoluter Hollywood-Star zu werden, und dann holt dich so eine Geschichte ein oder wie auch immer, und zack, ist deine Karriere, also zwischen, ich werde zum Megastar, zu meine Karriere ist vorbei, in zwei Sekunden. Vor zwei Jahren dachte der, alles klar, alles ist eingetütet. Das ist mein Durchbruch. Das ist das, worauf ich hingearbeitet habe, dann diese Creed-Nummer, denkst du, alles klar, der macht es. Aber der Böse in Creed 3? Und er ist ja so ultra, habt ihr den mal in Interviews gesehen, der ist halt ultra sympathisch, ne? So, das macht es immer noch schmerzhafter für ihn. Aber sind Narzissten halt oft, ne? Ja, das kann gut sein, aber das ist halt, das ist halt nicht nur, okay, er hat jemanden verletzt, er hat seine Freundin geschlagen oder Finger gebrochen wegen Telefon aus der Hand reißen, keine Ahnung. Ähm, das verletzt einen doch, ne? Dann denkst du, oh, ich hab gedacht, das ist so ein sympathischer lieber Kerl, und jetzt ist es so ein Arschloch. Ich fand den auch mit am besten von diesem Quantumania. Ja, muss ich auch sagen. Ich fand den echt einen guten Bösewicht, ne? Ja, so ein ruhiger, cooler, konzentrierter, nicht so theatralischer Bösewicht. Der Potenzial war da, aber, ähm, hat er vergeicht. Was soll das, ey? Ja. Dann denkt sich, warum habt ihr euch denn nicht im Griff? Ihr habt doch alles, denkt man so. Er ist fremdgegangen, ist fremdgegangen offenbar, dann hat ihm die Frau eine Nachricht geschickt, dann hat seine Freundin gesehen, dass die Frau ihm eine Nachricht geschickt hat, dann haben sie sich gezofft. Naja. Und dann kamen noch ein paar andere Sachen in dem Namen zutage. Ja, war super, 2023. Nein, dass das Jahr 2023 auch noch ein paar schöne Seiten hatte, das werden wir jetzt hier uns mal anhand eines Supercuts angucken, der nur die erste Jahreshälfte beleuchtet und womit oder wonach wir dann halt quasi mit unseren Plätzen zehn bis sechs beginnen werden. Bitteschön. Überbackene Gnocchi mit Mozzarella. Schweinefilet mit Bratapfelsauce. Kiwi-Halloumi-Burger. Du hast aber ausgefallene Träume. Träume? Das waren meine letzten drei Mahlzeiten mit HelloFresh. Du kannst so gut kochen? Nee, aber mit HelloFresh ist das kinderleicht. Du suchst dir einfach online die Gerichte aus und dir werden Kochanleitungen und Zutaten zugeschickt. Du kannst auch die Zutaten und Portionen anpassen, sodass wirklich alles verbraucht wird und am Ende nichts weggeworfen wird. Klingt gut. Das heißt, ich spare mir auch den Einkauf und krieg's direkt nach Hause? Exakt. Und die Gerichte wechseln regelmäßig durch. So lernst du auch mal neue Sachen kennen und kannst sie ausprobieren. Okay. Aber eine Frage habe ich da noch. Was gibt's denn morgen bei dir? Morgen. Da gibt's Hähnchenfilet mit Honig-Zitronen aneinander. Oh, kann ich da vielleicht vorbeikommen? Als Neukunden bei HelloFresh könnt ihr jetzt unter folgendem Link bis zu 120 Euro Rabatt auf eure ersten neuen Lieferungen erhalten. Bis zum nächsten Mal. Hähnchenfilet mit Honig-Zitronen im Hinzu-Zitronen im Hinzu-Zitronen im Hinzu-Zitronen im Hinzu-Zitronen im Hinzu-Zitronen im Hinzu-Zitronen. Und dann, Bis zum nächsten Mal. So, jetzt noch mal, Whale war auch dieses Jahr deutscher Release? Ja. Also, kurz zur Erklärung, wir gehen immer danach deutscher Release. Also, wir dürfen alles hier vorstellen, was in Deutschland im Jahr 2023 erschienen ist. Ich hab auch gesagt bei den Herren, die etwas weniger Kandidaten auf einmal hatten, dass man noch einen Film aus 2022 dazunehmen kann, den man aber erst 2023 gesehen hat. Ja. Es gibt natürlich auch immer wieder die Situation, wir haben so viele Sachen vielleicht schon im Jahr 2022 gesehen, die sind erst 2023 rausgekommen. Wie zum Beispiel Tar oder halt auch The Banshees of Innishirin, die sind 2023 erst hier in Deutschland rausgekommen. Ach nein. Hab ich Tar vergessen, oder was? Offenbar. Oh Gott! Wenn du's so formulierst. Ich hab Benchies of Inn, ich hab dafür dümmere Sachen reingenommen. Das ist Quatsch. Ja. Deswegen einmal hier kurz auch noch mal der Disclaimer. Das ist jetzt die Liste für diesen Moment. Ja, also beziehungsweise diese Liste, die ihr ... Das ist ja heute unsere Tagesliste. Genau. Diese Liste, die ihr jetzt habt, das sind die Listen, die wir jetzt innerhalb der letzten Tage zusammengestellt haben. Ob die wirklich final sind, ob die komplett genauso stehen bleiben an einem anderen Tag, das ist alles irrelevant. Für heute und für die nächste Folge zählt jetzt halt nur diese Liste. Aber du hättest jetzt Banshees of Innishirin zum Beispiel noch mit reingenommen? Ich hatte generell sehr große Schwierigkeiten, eine Liste zusammenzugehen. Zum einen, weil ich nicht so viele Filme gesehen hab, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und zum anderen, weil ich wirklich dieses Jahr, also von den Releases, die dieses Jahr rauskamen, keinem Film auch nur vier Sterne gegeben habe. Ich muss dazu sagen, dass ich viele gute, potenziell gute Filme, wie Flowers of the Killing Moon, Poor Things und so weiter, hab ich alle noch nicht gesehen. Was? Killers of the Flower Moon. Ich muss nur lachen, weil ich das ständig auch verdrehe. Vorhin hast du Flowers of the ... Nee. Ich sag immer Flowers of the Killing Moon, ich dachte, das heißt so. Aber Killing Moon ist was anderes. Das ist der Song. Killers of the Moon. Okay, nee, aber deshalb hab ich mich richtig schwergetan und war auch schon kurz davor, gar nicht hier in die Sendung zu kommen. Weil ich dachte, ich kann zu der Sendung eigentlich fast nichts beitragen. Und, ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob's an mir liegt, dass ich irgendwie so ein bisschen übersättigt bin, was Filme angeht, oder dass dieses Film ja einfach schwach war, oder ich die ganzen geilen Filme noch nicht gesehen hab, ich weiß es nicht. Ich find das so faszinierend. Ich kann dir fast ... Ich könnte das komplett unterschreiben, was du grad gesagt hast. Auch mit dem Argument, dass ich Daniel schon fragen wollte, sag mal, macht das überhaupt Sinn, dass ich irgendwie komm? Weil ich bin hier auf meine Letterbox-Listen gegangen, hab 2023 geklickt und seh, ich hab irgendwie nur 35 Filme aus diesem Jahr gesehen. Weil ich grad halt so viele 60er- und 70er-Filme guck. Oder Sachen, die mir gut tun, ne? So, von denen ich weiß, die gut sind. Und dann sitz ich da und denk so, ich mach mal ne Liste. Und genau das Gleiche. Ich so, okay, ich hab jetzt so drei, vier, die ich richtig gut fand. Aber alles andere ist so, muss ich das jetzt eigentlich noch auffüllen? Obwohl ich gar nicht so richtig mega-Fan war. Deswegen bin ich umso schockierter, dass Whale und ... Bei meiner Analyste ist es so, die ersten fünf, sechs sind eigentlich ziemlich klar. Also noch nicht mal jetzt von der Positionierung. Aber das sind wirklich Filme, die, würd ich sagen, absolut top sind. Und dann so von, ja, so sechs, sieben bis 15, da ist es mehr so ein schwammiges Etwas, wo man jeden reinnehmen könnte oder nicht. Oder doch lieber den. Ach, jetzt ist der schon so alt gewesen. The Whale zum Beispiel, den hattet ihr alle schon gesehen. Also ich hatte das Gefühl, als ich hier im Januar saß, da war das für euch schon der älteste Hut der Welt. Und dann dachte ich, na gut. Also ich fand den ja viel besser als ihr. Ich fand den auch gut. Ja, das hat mich wirklich sehr berührt. Und dann hab ich überlegt und dann dachte ich, ach komm ey, der in Amerika lief er wahrscheinlich schon im Sommer 2022. Dann nehm ich jetzt lieber einen anderen. Ja, so war das jedenfalls. Also wir hätten Tar zum Beispiel und Whale wäre deutscher Release. Tar hab ich noch gar nicht gesehen zum Beispiel. Echt nicht? Nee. Magst du Kunstfilme? Also Filme über Kunst? Nee, 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 der hätte mich interessiert. Ich hab's irgendwie nicht hingekriegt. Einfach nur. War viele Monate mein Film des Jahres. Mhm. Und jetzt krieg ich keine Top Ten zurück. Naja, dann kannst du ja so gesehen, also du könntest jetzt noch einen Film, ich weiß nicht, ich kenn deine Finale-Liste offensichtlich da nicht. Hast du denn jetzt zehn Plätze mit deiner Finale-Liste? Ähm ... Mel haben ... Das war nur ... Ich hab acht. Super! Das passt doch perfekt. Dann ist die Reihenfolge nicht mehr. Naja, egal. Würdest du Tar auf Platz eins packen? Nein. Nein, ich würd den wahrscheinlich auf Platz drei packen. Und Whale würd ich irgendwo auf die sieben oder acht. Ja, jetzt ist zu spät. Ich sag, das ist zu kompliziert. Vergiss es, wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben, sonst wird's zu kompliziert. Ja, okay, also. Dann, wer hat denn hier einen Platz zehn? Ähm ... Tilo hat einen Platz zehn, der relativ ungewöhnlich ist, weil er bislang ... Ich muss tatsächlich gerade mal gucken. Oder hast du's vorliegen? Infinity Pool hast du. Ah! Ja. Infinity Pool ist für mich ein kalter, unangenehmer Film. Infinity Cool quasi. Ja. Und ich hab ihn auch immer noch nicht hundertprozentig verstanden, aber ich denke immer noch drüber nach. Und das ist für mich ein Grund, wenn ein Film nach so langer Zeit mich noch beschäftigt und ich immer noch überlege und diese krassen Bilder vor Augen habe, dann ist das wahrscheinlich etwas, was Top-Ten-Material ist. Und ähm ... Ist das der Kronenberg-Sohn? Ja, ja. Das ist der Kronenberg-Sohn, ja. Also, ich weiß, mit welchem Gefühl ich aus dem Kino ging. Und das war immerhin ein starkes Gefühl. Ein ambivalentes aus Abscheu. Pass mal, ich trau mich seit ungefähr vier Monaten nicht. Ja, du merkst so, der Film hat dir was zu sagen, aber ich muss noch mal drüber nachdenken. Was? Und er ist auch schockierend. Er ist irgendwie auf so eine komische Art menschenverachtend, arrogant, oberflächlich schick und verstörend. Und es hat mich, äh, ja, berührt. Auf eine komische Art und Weise. Aber zieht er einen total runter oder ist er faszinierend creepy? Mich zieht sowas ja dann tatsächlich nicht runter, weil ich fühl mich ja dann ... Du atmest dir durch? Ich fühl mich so, oh, ich habe diese zehn Euro gut investiert, ja. Ich bin emotional durchgeschüttelt worden. Okay. Aber der gefiel dir doch auch. Ja, ja, also er wäre bei mir in einer erweiterten Liste. Ähm, er ist, finde ich, dadurch ... Er hat mich nicht so in meinen Grundfesten erschüttert, weil er ja doch sehr überhöht ist in dem, was er erzählt. Er erzählt ja jetzt keine Geschichte aus der Realität. Nee. Ähm, aber trotzdem mit bodenständigen Charakteren. Deshalb geht er einem trotzdem nah. Was ich an dem Film halt in Erinnerung hab, ist das Schlussbild. Dass einfach nur jemand ... Also ich mag dieses Feeling, oder hab so ein Faible für dieses Feeling, wenn ein Urlaubsort plötzlich Off-Season ist. Ja. Wenn man da dann plötzlich sieht, es ist keiner mehr da. Und dieses Bild zelebriert diese Off-Season so sehr. Kiez, Kiez, äh, Mittwoch, Mittwoch morgens um elf. Nur halt in einem, nur halt in einem Ferienort. Finde ich super, Mann, ja. Und ich find ihn super gespielt. Der hat halt Bilder, die in Erinnerung bleiben. Und man kann ihn sich in Deutschland auch ungekürzt angucken. Und es ist kein Film, wo du rauskommst und sofort sagst der Presse-Tante, ja, zwar so und so und so und so, sondern du guckst erst mal nur so, ach ja, was sag ich denn jetzt, oh Gott. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich könnte jetzt überhaupt gar nicht so ... Und ich hab auch überlegt dann, was bei mir jetzt nicht in der Top-Tennis ist. Wie hieß der Film? Killers of the Flower Moon. Mhm. Ähm, den fand ich halt sehr gut. Nachdem ich wahnsinnig viel darüber gehört hab, wie lang und dieser ganze Mist. Hab ich mir den angeguckt, fast am Stück. Fand den gut. Hab keine Längen gespürt. Ging mir nahe. Aber hat mich dann doch nicht so durchgerüttelt. Also, es war einfach so ein Ding, wo ich sag, ja, der ist gut, sicher ist der gut. Ist ja auch mit De Niro und von Scorsese, kann ja auch irgendwie nicht schlecht sein. Guter Film. Aber ... Hat mich jetzt nicht so richtig durch die Mangel gedreht, sag ich mal. Ja. Aber sehenswert. An meiner Stelle also, der ist nicht in meiner Top-Tennis. Ich glaub, da kommen wir auch noch. Ja, das kann ich so sein wie Expendables 4, ja, wo ich die ganze Zeit nur Wut empfinde, weil der Film so scheiße ist. Das mein ich damit nicht. Wobei, er letzten Endes hat auch das eine Qualität. Wir haben hier ganz schön lange drüber gelabert in der Sendung bei Expendables 4. Ja, aber weil wir fassungslos waren, wie scheiße das war. Richtig, aber gesprächsmäßig hat das dann eine hohe Qualität. Ja. Mein Flop 2 übrigens, Expendables 4. Das heißt, du hast einen größeren Flop als Expendables 4. Vielleicht kommen wir zu dem ja noch. Vielleicht ist er sogar auf einer Top-Liste. Warten wir nach. Da bin ich ja sehr gespannt, was dann Platz 1 ist. Wir machen hier ein kleines internes Ranking. Wir versuchen hier anhand von Bewertungen von 10 bis 1 rauszufinden, was die große Top Ten ist dieses Jahr, beziehungsweise der erfolgreichste Film. Sobald ein Film irgendwo auf Platz 1 ist, kriegt er 10 Punkte und absteigend halt. Wenn er auf Platz 10 ist, kriegt er nur noch einen Punkt. Und, äh, Infinity Pool ist glaub ich der Einzige, also du bist der Einzige, der den in der Liste hat. Dann kommt der nicht in unsere Top-Ten-Builds. Ja, er hat halt, wie gesagt, er hat halt bisher nur einen Punkt. Ah, das ist, da bin ich total, ich hab wirklich überlegt, mach ich wie. Aber man muss irgendwie, ja, man muss sich ja nach den persönlichen Subjektiven dann richten, ne? Ja. Ähm, die nächste, die 10 Plätze vorweisen kann, ist, äh, Antje. Die hat nämlich auf Platz 10 Guardians of the Galaxy 3. Der sogar im ersten Halbjahr. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch auftaucht. Vielleicht reden wir später über den. Das, äh, kann gut sein, ja. Aber ich würde ergänzen dazu, dass ich mich sehr schwer getan hab mit meinem Platz 10. Ähm, weil ich mich schwer trennen konnte von Sonne und Beton. Von, zu meiner Überraschung, äh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Und Scream 6, der sich das am Ende mit seinem Finale verhagelt hat. Ähm, aber am Ende Guardians of the Galaxy. Zum einen verbinde ich mit dem ein unfassbar schönes Kinoerlebnis. Weil ich mich dran erinnere, ich hab den mit Tobi zusammen geguckt. Abgesehen davon, dass wir die ganze Zeit geheult haben, hatten wir hinter uns ne Gruppe von, von jungen Männern sitzen, lass die so Anfang 20, wenn überhaupt gewesen sein. Und die haben am Anfang, ja, die haben am Anfang schon so das versprüht. Ja, man wird sich sehr oft umdrehen und sagen müssen, dass die ruhig sein sollen. Und die waren aber totenstill während des Films. Gerade nach der Anfangsszene, nach der ... Ja, ja, genau. Und dann war der Film vorbei. Und dann haben sie sich hinter uns gegenseitig versucht zu übertrumpfen, wer am meisten geweint hat. Oh! Und das fand ich so schön und hab dann bei dem ... Ich mein, wir hatten dieses Jahr so was wie Ant-Man in, äh, Quantumania, den wir gesehen haben, einer der schlechtesten Marvel-Filme von allen. Aber dann auch noch eben Guardians of the Galaxy 3. Und der hat so schöne Momente und der ist so traurig. Und trotzdem freut man sich, dass der so die wahrscheinlich Trilogie ... Also, es heißt ja, Star-Lord kommt noch mal wieder, aber für mich ist diese Trilogie jetzt abgeschlossen. Denk ich auch. Und, ähm, ja, ich fand den einfach sehr schön. Kommt bestimmt drauf. Waren wir da nicht alle drei erst mal drin? Wir waren doch da zusammen drin, ne? Ja, wir waren da zusammen drin. Ich meine auch, ja. Doch, okay. Ich fand den ... Aber das war, du warst ja öfters, das war diese Pressevorführung hier in Hamburg. Genau. Genau, die meinte ich auch, da war ich auch dabei. Ah! Da haben schon Jugendliche geheult? Nee, das war schon. Nein, mein Kinobesuch war ein ganz normaler Kinobesuch. Ja. Aber der taucht glaub ich noch mal auf. Ähm, auf jeden Fall. Ich hab auf Platz zehn ... Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben. Taucht bei mir auch noch mal auf. Hab ich den aufgeschrieben? Äh, ich guck gerade. Weil, ich muss sagen, den hab ich, ähm, am Anfang ... Ja, der war so ein ... Das war so ein klassischer ... Weiß ich nicht. Sieben von zehn. 3,5 von fünf. So ein klassischer ... Ey, der gefällt mir, der ist gute Laune. Guck mal, sonst nehm ich den nämlich auch rein. Guck mal, ob ich den vergessen hab. Ja, bitte. Moment. Oder hab ich den genannt? Nee, du hast den nicht genannt. Dann schmeiß mal einen raus, der dieses Jahr nicht erschienen ist für den. Ich glaub, Babylon kannst du rausschmeißen. Nee, Babylon, also ... Babylon ist dieses Jahr erschienen. Babylon ist dieses Jahr erschienen? Achso, okay. Wenn Evil Lurks hast du noch drin, den können wir ja hier rausnehmen. Welchen? Wenn Evil Lurks. Ja, dann nimm den raus und nimm Babylon raus. So, wo kann ich den sehen? Wenn Evil Lurks. Dich hab ich auch schon gefragt. Wir haben doch für Evil Lurks Mission Impossible reingenommen. Auf Platz 10. Jetzt geht's aber los. Zeig mir mal meine Liste. Also, das ist deine Liste, die du mir geschickt hast. Du hast eine Mail wahrscheinlich noch mal eine aktualisierte geschickt. Das müssen wir gleich noch mal für die nächste Folge ein bisschen besser austauschen. Ja, dann ... Müsstest du nicht eigentlich deinen Platz 10 rauskicken? Weil das einfach der Schicksal dann vermeint? Ja, schmeiß Mission Impossible raus und nimm dafür Dungeons & Dragons. Okay. Dungeons & Dragons auf 10 dann, ja? Ja. Damit hätte er schon mal zwei Punkte. Der ist nämlich super. Der hat mich erinnert ein bisschen so an Army of Darkness. Vom Abenteuer-Fun-Factor jetzt. Nicht unbedingt von den einzelnen Szenen, aber so ein Abenteuer mit lauter ... Das ist ein Film, der sich nicht ernst nimmt, was genau richtig war. Sympathischer Cast. Und ... Entschuldigung. Es ist einfach sehr lustig und sympathisch. Und man geht in so einen Film, allein weil das ... Weil das Movie-Poster schon so scheiße aussieht. Ich weiß nicht, was das ... Hast du da gar keine Erwartungshaltung? Das fand ich verzichtet. Aber der ist gut. Der ist wirklich ... Der macht richtig Spaß. Von Anfang bis Ende. Ja. Er sieht halbwegs vernünftig aus. Ich find, was mich halt auch echt sehr freut hat, war die Mischung aus Animatronics. Also aus greifbaren irgendwie Puppen und Kostümen und Kreaturen. Und dann aber auch die CGI-Effekte. Ich fand den fetten Drachen. Ich musste ... Ich hatte mit dem Spaß. Die Szene auf dem Friedhof ist für mich einfach echt einer der witzigsten des Jahres. Ich fand das super. Und was ich halt schön finde an dem Film ist halt, er nimmt ... Ja, wie du gesagt hast, er nimmt sich nicht allzu ernst, aber er nimmt seine Welt ernst. Ja. Also er macht sich nicht über all das, was da drin ist, lustig, sondern macht sich mit dem über die Leute da drin lustig. Und das ... Das ist es. Was ich ja bei diesem Marvel-Film auch immer kritisiert hab, ist, dass so eine spannende Szene immer gebrochen wird mit einem Joke. Das machen die ja ständig, ne? Und hier ist es aber so, dass die Charaktere sind lustig. Und deshalb ... Also zum Beispiel Chris Pine als der hübsche Held, der ist so bescheuert. Das macht richtig Spaß, dem zuzugucken mit seiner latenten Arroganz da durch diese Welt stolzieren und so. Und das kommt aber glaubwürdig rüber innerhalb dieser Welt, ja? Also es sind nicht dauernd irgendwelche One-Liner oder so, sondern es sind die Charaktere, die so komisch sind, dass du Bock hast, denen einfach auf ihrer Reise zuzugucken. Und das fand ich schon sehr erfrischt dafür, dass ich ihn überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Und schon, ne, wenn man Dungeons & Dragons da sieht, denkt man schon, oh mein Gott, das sieht aus wie ein Ein-Sterne-Film. Für mich sieht das ... Also, ich hab ihn nicht gesehen. Ich glaube euch aber natürlich. Es ist ja auch offenbar der Tenor generell, dass das ein ganz brauchbarer Film ist. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen an dieses Trailers. Ey. Ich find's faszinierend. Ich bin nicht reingegangen wegen des Trailers. Ich mochte ihn nicht. Jetzt, nachdem ich das grad noch mal gesehen hab und wir das Thema hatten, fiel mir auf, wie gut mir der Trailer gefallen hat, im Gegensatz zu diesen schrecklichen Godzilla vs. Kong 2 und Fury Road, die für mich rund so Depressionen darstellen. Ähm ... Jetzt seh ich den Trailer und der kommt mir vor, Dungeons & Dragons, wie aus einer anderen Zeit. Weil, genauso wie ihr sagt, ich fand nämlich die Effekte jetzt auch wirklich grade toll. Damals im Kino dachte ich, das ist nix für mich. Jetzt, nachdem was ihr gesagt habt, denk ich, werd ich mir den auch mal angucken. Bin gespannt, wie wir hier in einem Jahr sitzen und dann diese Filme dann beurteilen, von denen wir jetzt diese schrecklichen Trailer ertragen mussten. Ich glaub, der wird dir gefallen, weil der auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen wird. Ja. Der wirkt, der hätte auch in den 90ern erscheinen können oder so. Also, der wirkt so ein bisschen, ne, noch nicht so ... Äh ... Also, er hat natürlich schon ein paar Effekte und so weiter, aber der ist ... Der Vibe ist halt einfach nicht ... Der hat so wirklich einen schönen altmodischen Abenteuer. Mhm. Schön leichtfüßig. Und gleichzeitig dann aber halt irgendwie dieses Humorlevel, was die beiden Macher auch schon bei Game Night bewiesen haben, falls ihr den kennt mit Jason Schwartzman ... Nee, Jason Bateman. Den hab ich gesehen. Ja. Ja, aber der ... Ich weiß nicht, das ist so ein Humor, mit dem ich etwas mehr anfangen kann. Und ich fand, das haben die schon ganz gut gemacht. Und diesen Humor übertragen sie halt eben auf diese Dungeons & Dragons Welt und bleiben aber dabei immer, sag ich mal, liebevoll zu eben der Vorlage. Ich hab tatsächlich noch keinen gehört, der den Scheiße fand. Nee. Das muss ich sagen. Also, ich kenn auch keinen, der wirklich sagt, boah, war das ein Scheißfilm. Nee. Sondern wenn, dann sagen Leute höchstens, ja, war okay, war unterhaltsam, war spaßig. Ja. Kommt bei mir noch. Also, der wird noch Punkte kriegen. Der wird noch Punkte kriegen. Er hat bisher zwei. Ähm, Steven hat den ... Nee. Steven hat uns auch eine Top Ten geschickt, genauso wie Tino. Tino hat auf seiner Zähne Skina Maring. Ah, okay. Diesen Experimentalhorror. Den hab ich neulich geguckt. Also, geguckt, ich hab irgendwann durchge... Das ist ja nicht zu fast. Tino, das ist einfach Trollen von Tino. Das ist so pseudo-intellektuelle Tino-Scheiße. Dieser Film, den kannst du dir nicht angucken. Das ist ein absoluter Witz. Wirklich, ich hab den mit einem Kumpel geguckt und wir haben gedacht, okay, die Eröffnungsszene, wie lang geht die? Dann geht die Eröffnungsszene, das ist der Film. Dauernd, als ob eine Kamera auf den Boden gefallen ist, schlecht beleuchteter Raum und Geräusche. Und das für über anderthalb Stunden. Das ist ... sorry. Das ist ein Filmexperiment. Ich fand den besser als die letzten Marvels, ganz klar. Nein. Also ... Was ist denn daran gut? Ja, du hast ja recht mit allem, was du sagst. Nur muss man's nicht als schlecht betrachten. Also ... Den fand ich auch nicht gut. Aber ... Ich fand den auch nicht schlecht. Ich finde ... Was ich immer zu dir sagte, ich kann mich da wiederholen, die Macher selber glauben, der Film wär genialer als er ist. Er ist ... ganz nett und interessant. Manchmal sind ein paar schöne Kabinettstückchen drin, find ich, die gelingen. Dann ist es gruselig. Was mich am meisten nervt, ist, dass sie nicht wissen, was sie gestalterisch erzählen wollen. Denn ... Ist es jetzt Video, Überwachungskamera, High 8? Oder ist es 70er-Jahre-Filmmaterial? Das ist für mich der größte Bullshit. Ja, das seh ich, das seh ich ja sogar. ... auf diese Kratzer draufzurechnen. Weil das exakt komplett zwischen den Jahrzehnten hängt. Und dann geht halt auch im Prinzip verloren, wo befinde ich mich jetzt in irgendeiner Form? Das kann ja ruhig diffus sein. Aber das ist diffus auf eine Art und Weise, da wird das gestalterische Konzept komplett ausgehebelt. Ich hab vor allem auch nicht verstanden, warum wir die ganze Zeit von außen die Perspektive haben. Und plötzlich haben wir dann eine Ego-Perspektive. Ja, ja, ja. In der Handkamera. Und mir wurde ... Der Film hat mir das leider nicht ersichtlich gemacht, warum sich das ändert. Ganz genau. Die Brüche machen den Film nicht besser. Und ich muss aber auch sagen, ich respektiere das Experiment. So. Und ich hätte mir den Film einfach eine halbe Stunde kürzer gewinnen. Ja, den Kurzfilm. Ja, der Kurzfilm, ja. Aber der ist mir halt auch noch ein bisschen zu kurz. Wir hatten ja in unserem Podcast drüber gesprochen. Das ist ja von dem entweder ... Es gibt ja Hate oder es gibt Liebe. Ja. Es ist ja so ein typischer Dazwischen-gibts-nichts-Film. Aber wir erfüllen diese Lücke. Wir waren doch tatsächlich dazwischen. Wir waren total dazwischen. Ich bin dazwischen. Ja. Hate. Ich hab ihn nicht gesehen. Gibt's einen mit Liebe? Tino. Tino hat Liebe. Ja. Ich versteh die Position ... Ich versteh tatsächlich beide Positionen, aber auch unsere. Ich auch. Unsere versteh ich am besten. Unsere versteh ich auch am besten. Das ist ein Film, den nur Filmkritiker gut finden können, meiner Meinung nach. Das ist kein Film ... Und da wir zu diesem elitären Kreis gehören. Aber das ist kein Film, den man im Publikum, ein normaler Mensch guckt, sich diesen Film nicht an und sagt, geil, das glaub ich einfach nicht. Das ist mir zu prätentiös und elitär. Das glaub ich auch nicht. Erstaunlicherweise war der aber auch echt erfolgreich für sein Büttet. Weil jeder Horrorfilm ... Weil alle so diskutieren wie wir. Ja, weil die Leute reingehen, weil sie denken, oh, krass ist der Horrorfilm und das funktioniert halt immer. Aber ... Momente gibt's schon irgendwie. Doch, der hat seine Momente. Ja, ganz am Ende. Und das ist ja auch das Ding, dass der Film einfach nicht enden will. Jedes Mal, wenn du denkst, okay, ist das jetzt das Ende? Ist das jetzt das Böse? Und dann so ... Nee, dann kommt noch mal so ein Kamerawink, sind wir wieder im Kinderzimmer und sehen irgendwie ein angeleuchtetes Regal. Und du denkst, alter Schwede. Ich finde tatsächlich, dass der Film eine Radikalität auffährt. Und das hast du nämlich bei uns im Podcast gesagt. Wo dieses, wo er konkret wird, wo er diese Conjuring-Elemente aufbaut, das ist eigentlich fast das Schwächste. Weil da versucht er, sich aufs Konventionelle zu retten und bietet dafür, dass er diese konventionellen Elemente drin hat, hat aber so viel prätentiösen Kram, dass das ... Also, der entscheidet sich einfach dann doch zu wenig am Ende. Habt ihr den wirklich am Stück geguckt? Ja. Ich hab den gebeamt. Und ich bin ja der Meinung, dass du dich dem wirklich aussetzen musst. Du musst das gekrisselt tatsächlich. Du kannst den nicht auf dem Laptop gucken, dann ist das wirklich für den Arsch. Du musst dich wirklich mit der Situation alleine im Raum auseinandersetzen. Dann kann der Film noch am ehesten punkten. Weil irgendwie hier Handy schnell weglotzen, das macht gar keinen Sinn. Noch nicht mal eine Minute davon macht dann Sinn. Ich glaub einfach nur nicht, dass Leute, die sich den wirklich von Anfang bis Ende angucken, ohne durchzuspulen. Hab ich gemacht. Ohne vorzuspulen. Nein, keine Sekunde gespult. Ich spule grundsätzlich nicht. Also, es gibt Filme, wo ich gespult hab. Slapstick mit Jerry Lewis und ... Aber da können wir ja noch mal extra drüber sprechen. Das ist ja wirklich eine Gewalt. Das ist Gewaltandrohung per Film. Slapstick ist der schlechteste Film der Welt. Das weiß keiner. Das wird auch nicht demokratisiert. Slapstick ist wirklich Gewalt an der Zuschauerin. Mal gesehen? Nee, noch nicht. Aber jetzt bin ich interessiert. Kannst du dir nicht vorstellen. 81. Das ist abartiger Dreck. Okay. Der hat, glaub ich, ne Benotung von 2.1 oder so. Den hat so ein Typ gedreht, Steven Paul. Und der hat sich Marty Feldmann geholt und Jerry Lewis. Und da sind einige ... Samuel Fuller. Da sind einige namhafte Leute drin. Und es gibt so eine komische Billig-DVD. Da ist ein Directors-Cut und ein komischer Kino-Cut. Und ich hab dann tatsächlich beides irgendwie verglichen. Das ist krängster, übelster Mist. Der hat auch keine Gags. Der hat auch keine schlechten Gags. Er hat keine Gags. Er hat keine Gags. Das heißt, Jerry Lewis hat 81 King of Comedy und den Film gedreht? Bloß noch diesen Clown-Film, ne? Ja. Der hat seinen eigenen, stimmt, den KZ-Film. Ja, aber der kam ja nicht raus. Ja, der kam nicht raus. Aber das ist alles Part des gleichen Prozesses. Genau. Der hatte so ein paar Dinger Anfang der 80er, aber die liefen in Deutschland alle erfolgreich. Bei Slapstick weiß ich's nicht genau. Dann gab's noch den, wo er da mit Brust oder ... Ist natürlich nicht Brust oder Keule, weil das ja Louis de Furness ist. Wie hieß denn der? Alles in Handarbeit gab's. Und keine Ahnung, immer auf die Kleinen. Er hatte so ein paar Dinger. Und offensichtlich hatte er einen Hype und das lief. Und deswegen haben die Slapstick-Ding auch bei uns ins Kino gebracht. So, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Weil das find ich wirklich finster. Ich hab bisschen Bock. Ich würd auch gern machen. Und ich hab Man of the Hands of Fate gesehen. Und das ist auch hart. Aber Slapstick ist härter. Geil. Nächste Video ab. Ja, wir müssen zuerst noch den Fußball-FIFA-Film noch gucken. Den hab ich extra organisiert. Den müssen wir auch noch gucken, stimmt. Das wär ne Sendung, die wirklich schlechtesten Filme hat. So. Fun in Balloonland. Hat einer schon Fun in Balloonland gesehen? So. Spaß im Balloonland? Dann unterhalten wir uns. Okay. Steven hat auf Platz 10 Godzilla Minus One, der schon so mit seinen ersten Punkt gesammelt hat. Ich würd sagen, er hat bei dir auch schon ... Du hast ihn dann auf Platz neun, ne? Ja. Ja, damit hat er zwei Punkte schon mal. Also hat er drei Punkte. Aber ich glaub, auf den kommen wir noch mal zu sprechen. Deswegen würd ich jetzt einfach mit weiteren neunten Plätzen weitermachen. Du hast noch keinen neunten Platz. Du steigst erst bei acht ein, ne? Dann nehmen wir doch mal Antis Platz neun. Das ist nämlich Renfield. Ja, es ist sehr viel Zerstreuung in meiner Liste dieses Jahr. Und ich muss ja sagen, wenn ich so meine Liste überarbeitet hab, es gab einen Film, von dem konnte ich mich partout nicht trennen. Sodass ich im Nachhinein denk, vielleicht hätt ich ihn auf Platz eins setzen sollen, wenn ich mich von allen anderen hätte trennen können. Aber ich fand, ich hab an Renfield so unfassbar viel Spaß gehabt. Und der hat für mich auch ein zweites Mal gucken Stand gehalten. Also es gibt einen Film in diesem Jahr, der ist durch seinen Rewatch komplett zerstört worden bei mir. Das ist Bo is Afraid. Das hätt ich nicht gedacht. Tatsächlich? Ja, der war bei mir, als ich aus dem Kino kam, war ich komplett begeistert. Ich hab ihm ein zweites Mal geguckt, hat gar nichts mehr funktioniert. Das passiert dir total selten wahrscheinlich, oder? Ja. Und nach der ersten Stunde war ich dann raus. Komplett. Ich bin auch nicht wieder reingekommen. Das tut mir für Bo is Afraid auch total leid. Aber wir reden ja nicht über Bo, sondern über Renfield. Ach, guck mal, hast du das gerade gesehen? Das war Renfield mit dem ... Ach so. Ja, okay. Macht Sinn. Weil wir doch gerade dachten, das wär Popes Exorcist gewesen, ne? Stimmt. Kannst du dich an diese Szene erinnern? Nicht so richtig. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, der hat beim zweiten Mal gucken, obwohl's eine Comedy ist, und die tun sich ja sehr, sehr schwer beim mehrmals gucken, hat er dem absolut Stand gehalten. Und was du zu Dungeons & Dragons gesagt hast, zu der Friedhof-Szene mit einer der lustigen Szenen des Jahres, ist für mich hier ... Gibt's zwei, einmal die mit der Fußmatte. Ja. Wo einfach ... Aber man muss ja wissen, ähm, es geht in dem Film um Renfield, den Diener von Dracula, gespielt von Nicolas Cage, und er gespielt von Nicolas Holt. Und er will sich halt loslösen von seinem Diener, indem er in eine Selbsthilfegruppe für ... Was sind das? Für von ihren Arbeitsleuten unterdrückte Menschen? Oder, ne, generell unterdrückte Menschen, glaub ich, so aus toxischen Beziehungen und so weiter, ne? So eine Selbsthilfegruppe. Und er verwendet das, um sich über seinen Arbeitgeber, Ergo Dracula, äh, zu echauffieren. Und dann will er sich loslösen von ihm und, ähm, macht das, indem er versucht, ein normales Leben zu führen, was aber überhaupt nicht gelingt. Ähm, ich erinnere mich auch an die Szenen in einer Bar, wo er dann, äh, irgendwie im Hinterkopf hat, er soll für Dracula eine Gruppe Cheerleader, ein glückliches Pärchen und eine Gruppe von ... Was war's noch? Von Nonnen irgendwie besorgen und auf einmal kommt halt wirklich eins nach dem anderen, äh, kommt vorbei. Und er sitzt da und der glaubt nicht, was ihm da gerade passiert. Und das sind so zwei Szenen, die gehören für mich zu den lustigsten Szenen des Jahres. Der geht superschnell durch. Ich mag die, ich mag Nicolas Holt einfach wahnsinnig gerne. Ich bin ein riesiger Nicolas-Holt-Fan. Und der hatte halt auch einfach so eine Leichtigkeit. Und es ist der erste Film, der uns vor Augen führt, was wirklich passiert, wenn jemandem die Scheiße aus dem Leib geprügelt wird. Das sieht man hier wortwörtlich. Und ich würde sagen, damit hat der Film auf jeden Fall schon eine Daseinsberechtigung in meiner Top-Liste. Eigentlich ist Platz neun viel zu weit unten. Ich hatte wirklich, das ist der Film, an dem ich dieses Jahr mit am meisten Spaß hatte. Also vielleicht, aber egal. Vielleicht pack's ihn noch mal höher. Vielleicht. Ja. Aber, ja, Renfield. Wird keiner von euch irgendwie geguckt oder gemocht oder was auch immer? Gesehen hab ich ihn, wie gesagt, ich fand eigentlich nur das mit Aquafina unnötig, aber ich hatte auch unerwartet viel Spaß mit dem. Ich hätte nicht gedacht und ich hab nicht verstanden, warum sie in den Trailern nicht mal ansatzweise angedeutet haben, wie saftig dieser Film ist. Mhm. Das stimmt, der ist richtig fies. Allein diese Szene, wenn er mit dem Tablett die beiden Hände da abhakt. Das ist ein riesen Splatter-Massaker. Ja, das war lustig. Das war lustig. Also, ich mag den Film auch total. Und er hat mich in manchen Momenten, nämlich einfach in diesen Retro-Momenten, Bela Lugosi etc. total überrascht, was ich nicht gedacht hätte, dass das drin vorkommt. Aber weil diese Elemente drin waren, ging bei mir das Kopfkino danach los. Was hätte noch sein können? Diese Action-Martial-Art-Sachen hätt ich nicht gebraucht. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, mit dieser Mafia-Nummer auch nicht unbedingt. Da hätt ich gerne doch noch mehr Hammer. Der Film hat ja diese Farbgebung von Hammer auch übernommen. Der hätt ich gern mehr in der Richtung gesehen. Aber ich bin mit einem absolut beschwingten Gefühl aus dem Kino raus. Wie haben wir es genannt? Feel-Gut-Horror. 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 Wohlfühl-Horror, genau. Aber ist das nicht eine Horror-Komödie? Ja, das kann ja sein. Ist es Show of the Dead Wohlfühl-Horror? Ist es Show of the Dead Wohlfühl-Horror? Wir haben in dem Podcast diesen Begriff, weil wir allein drei Beispiele da hatten. Ich kann das total nachvollziehen. Gerade nur dieses Wort allein schon verstehe ich. Ja, genau. Und du hast natürlich recht, weshalb er bei mir tatsächlich auch nicht noch weiter oben ist, glaub ich, alles, was mit Awkwafina zu tun hat. Ich ... Es ist nun mal Typecasting, was sie jedes Mal ... Entschuldigung, wer ist Awkwafina? Die Hiphoperin, die du immer noch nicht kennst. Ich hab sie auch nur durch den Film kennengelernt. Die spielt den harten Cop. Die harte Cop-Frau. Und das ... Einfach nur in dem Film selbst kann ich euch sagen, als jemand, der sie vorher nicht kannte, mich hat sie gar nicht gestört. Ich hab mich nur gewundert, warum genau sie jetzt diese Rolle spielt. Weil ich sie eigentlich kannte. Weil sie diese Rolle immer spielt. Ja, gut. Ich spiel diese Rolle in Shang-Chi. Wieso spielt die das? Aber ist es ähnlich schwierig wie bei ... ähm ... Ich glaub, Ahsoka, wo dann Lizzo plötzlich steht und man erkennt sofort, dass es keine Schauspielerin ist? Nein, die kann das ja spielen. Die spielt nur immer das Gleiche einfach. Okay. Weil ich wusste nicht, wie Lizzo aussieht. Und ich guck mir die Serie an und Lizzo kommt in dieser ... Als Königin da, ne? Oder diese Folge mit Jack Black, ne? Genau, mit Jack Black als Ehemann. Und ich weiß noch, dass ich zu meinem Kumpel gelehrt hab, ich so, ich glaub, das ist keine echte Schauspielerin. Ich glaub, die ist irgendein Star. Und man hat die ... Und dann hieß es Lizzo. Ach so, das ist Lizzo. Okay, alles klar. Was diese Popkulturscheiße in Star Wars soll, das versteh ich auch nicht. Ja, weil wir hatten schon Ed Sheeran bei Game of Thrones, ne? Ernsthaft? Ja. Das versteh auch nicht. Ja, aber der sieht wenigstens aus wie aus dem Mittelalter. Mhm. Ja, aber ich geb dir recht, ich fand's auch ... Wie überlebt der denn eine halbe Stunde im Mittelalter? Indem er singt, Tino. Er singt die Office. Das hilft ihm. Ja. Er lässt sie einschlafen mit seinem Gesang. So. Machen wir weiter mit den Plätzen neun von Tino und Steven. Die sind nämlich identisch. Denk nicht daran, Renfield zwei ... Vergiss nicht, Renfield zwei Punkte zu geben, das wird ihm nicht helfen. Hat er schon. Ich hörte grade Renfield zwei. Auf Platz neun, sowohl bei Tino als auch bei Steven, sind Anatomie eines Falls. Womit der jetzt schon mal vier Punkte ... Ist das der Sandra-Hüller-Film? Das ist der Sandra-Hüller-Film. Mann, den hätte man noch gucken müssen, ne? Hab ich noch nicht geguckt. Ja. Ist der schon released außerhalb des Kinos? Ja. Außerhalb des Kinos? Ne. Der läuft grade im Kino. Das ist doch das, was Antje ihm erzählt hat, dass der ... Ja, ich weiß, aber ich ... Nee, nee ... Und ich geb euch auch den Rat. Guckt euch den Film an. Er ist ein bisschen lang. Und man muss ihn meiner Ansicht nach auch in der Originalsprache gucken. Weil das Thema in diesem Film ist, dass hier verschiedene Leute, verschiedene Herkunft miteinander kommunizieren müssen, was halt für ... Ist ja ein Element des Films. Ist ja ein Element des Films. Genau, ist ein Element des Films. Was ist denn die Originalsprache? Äh, die Originalsprache ist Französisch. Oh. Aber es ist zu gleichen Anteilen eigentlich auch Englisch. Genau. Und sie spricht auch sogar Deutsch in dem Film. Aber es geht halt darum, dass es ... Also Bastards quasi. Bastards würde auch total viel verlieren, wenn du das komplett auf Deutsch übersetzt. Es ist multilingual. Und daraus bezieht der Film halt eben einen Punkt so. Und Sandra Hülle, ja, ist wirklich stark. Ich freu mich so, dass die so immer weiter durchstarten. Das find ich auch cool. Super. Ich war ... Man entdeckt auch seine eigene Arroganz. Ich hab meine eigene Arroganz gegenüber dem deutschen Film entdeckt. Ich war auf der Preisverleihung vom deutschen Film ... Kölner Film Festival vor ein paar Wochen. Und da wurde der Film ausgezeichnet. Und Sandra Hüller war da und die Regisseurin. Und ich hatte einfach vor diesem Abend nie was von diesem Film gehört. Mhm. Und sitz dann da und denke mir so, wow, das ist ja hochkarätig hier, wer jetzt hier Preise kriegt. Bin da so hingeraten über einen Bekannten. Und dachte mir, mein Gott, dann zeichnen die hier wieder Filme aus, von denen man nie wieder was hört, ne? Mhm. So, mit der Arroganz hab ich da gesessen. Und nur einen Tag später direkt im Internet zehn Artikel gelesen und gedacht, hättest du mal vorher dich ein bisschen informiert, ne? Dann hättest du da nicht so breitbeinig gesessen und gedacht, der deutsche Film ... Wobei es ja kein deutscher Film ist. Es ist ja kein deutscher Film. Ich weiß. Aber er lief da auf dem Kölner Filmfest. Und ich merkte schon, die sind alle überzeugt davon. Und wie sich jetzt zeigt, offensichtlich auch zu Recht, werd ich auf jeden Fall gucken, weil ich ja so ein Partisant des deutschen Films bin. Und vor allem Sandra Hüller. Ich bin großer Fan von Toni Erdmann. Und auch Requiem. Ja. Ja. Also ich muss auch sagen, Schlagerfilm, aber er hat's nicht ganz in meine Top-Liste geschafft. In meiner auch nicht ganz. Bei mir wär er in den Top 20 dann drin. Kommt der Glazer-Film mit ihr auch noch dieses Jahr? Nee, der kommt leider erst nächstes Jahr. Der ist gut. Hast du schon gesehen? Ja, ja. Hast du schon gesehen? Den KZ-Film da? Wo sie die Ehefrau spielt? Na, hab ich noch den Trailer gesehen. Aber ja, oben am KZ-Film ist noch ein bisschen angst. Der Trailer ist so raffiniert, ne? Weil du am Anfang denkst, was macht Glazer denn jetzt? Einfach nur normale Welt oder so? Und auf einmal der schwenkt und du siehst den Zaun und denkst so, oh, ach, meine Güte, jetzt versteh ich das. Ja. Ja, ich hab auch richtig Bock auf den. So, mein Platz 9 ist ein Film, den hat keiner von euch gesehen, glaub ich. Ähm, er heißt Rebel, äh, deutscher Untertitel In den Fängen des Terrors, ist ein Film von den beiden Bad Boys 3-Machern. Äh, es geht um zwei Brüder, die nacheinander auf verschiedene Arten und Weisen im IS landen. Und der Film halt zeigt, wie das passiert ist, warum das passiert ist. Und, äh, was das halt vor allem bedeutet. Und der entführt uns da in eine Welt, wie wir sie aus der Perspektive, also ich zumindest, noch nicht gesehen haben. Und er ist sensationell gefilmt, er ist sensationell gespielt. Ja, er hat ein bisschen, ähm, das Problem, dass er halt am Anfang, denkt man die ganze Zeit, es fokussiert sich vor allem auf den einen Bruder. Ach, da hast du doch, haben wir doch neulich schon drüber gesprochen. Genau. Den hab ich euch, da hab ich euch diese ... Der so Musical-mäßig ist geil. Genau. Auf den hab ich euch schon auf der Liste jetzt. Ähm, äh, und aber der konzentriert sich sowohl auf den großen Bruder, auf seinen kleinen Bruder und auf die Mutter. Und das kann man am Ende bisschen, ja, zu sehr Thriller und zu wenig Drama finden. Aber insgesamt hab ich selten ein intensiveres Kinoerlebnis in diesem Jahr gehabt. Weil der Film hat mich vom Beginn an, es gibt, zu Beginn gibt's so ne Szene, wie der ältere Bruder aus einem Bombenangriff versucht, ein Kind aus einem zerbombten Gebäude rauszuholen, während halt überall Einschläge sind und überall Chaos und so weiter. Und das ist so, das zieht dich direkt so mit rein. Es hat mich direkt wirklich fertig gemacht. Und der Film geht nur noch weiter. Und er wirklich, er gibt dir einen Schlag nach dem anderen in die Magengrube mit, so. Welcher Regisseur hat das gemacht? Äh, die Regisseure heißen, Moment ... Bad Boys 3, meinst du? Die haben Bad Boys 3 gedreht und halt auch diesen Bad-Girl-Film, der jetzt niemals das Licht der Welt erblickt. Ah, okay. Ah, wie heißen sie? Dann ist es ein ganz gutes Comeback, ne? Naja, der Film, wie gesagt, der wird halt untergehen, ne? Also der ist halt jetzt ... Bei den Kritikern und bei den Leuten, die's angeht, also die Producer-potenziellen sehen das ja und sehen, okay, die können immer noch was ganz anderes machen, wenn sie wollen. Aber du hast gesagt, der ist in deiner Top 10, das heißt, der ist in Deutschland angelaufen. Der ist im Kino angelaufen und ging halt total unter. Und gibt's den schon im Stream oder ... Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Der ist halt, wie gesagt, vor ein paar Wochen ist der im Kino angelaufen ... Moment. Die Regisseure ist leider ... Gucken wir halt Rebel Moon. Adil El Arbi und Bilal Fala, so heißen die beiden. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wann der Bad-Girl überhaupt gelistet wird. Aber ... Ich würd mich wundern, wenn sie den überhaupt richtig fertig gemacht hätten. Ja, also das ist ... Ach, da sind die von ... Ah! Das sind die von Bad-Girl, ja. Also deswegen, den hab ich jetzt nur mal kurz, äh, erwähnen wollen, weil ich ... Ich fand den ... Das war ja ein Film, da bist du ... Wir sind danach alle aus dem Kino raus und haben gesagt, ey, wir brauchen jetzt erst mal frische Luft. Mhm. Erst mal eine rauchen, erst mal irgendwie durchatmen. So wie es du als Zwölfjähriger im Kino vielleicht sogar war. Zum Beispiel. Wenn man aus dem Film kommt. Was ist er auch mit zwölf? Hm? Hast du mit zwölf geraucht? Nee, aber wir wissen ja, was das bedeutet, wenn man einen beeindruckenden Film im Kino mit zwölf Jahren sieht und dann rauskommt. Und mir war dann immer schwindelig zum Beispiel. Ja. Ja, so viel dazu. Und damit kommen wir zu einem Film, der aus Eddies Top Ten irgendwie kurzfristig noch geflogen ist. Aber bei Thilo auf Platz neun gelandet ist. Nämlich der letzte Mission Impossible. Dead Reckoning Part 1. Ist ein bisschen leidenschaftslose Wahl. Aber die drei Stunden, die der Film wohl angeblich ging, sind bei mir wie im Fluge vergangen. Und ich hab's genossen. Ich bin eh Freund der Reihe. Mein Top-Film wird ewig der sechste sein. Absolut. Den würde ich als Meisterwerk bezeichnen. Dieser setzt nicht so sehr auf einzelne Actionfilm-Set-Pieces. Finde ich, das macht er viel weniger. Er setzt mehr auf Style und Spannung. Zumindest eine Spannung, die bei mir komplett verfangen hat. Ich fand es atemberaubend. Der Film hat mich in den Sitz genagelt. Und, ähm, da kann man bestimmt auch viel dran kritisieren. Aber ich nehm das ja nicht so auseinander. Ich bin ja bereit, mich dann einfach für zweieinhalb Stunden wegblasten zu lassen. Und das schafft Herr Cruz bei mir immer ziemlich einfach. Also, mir hat das wirklich gut gefallen. Ich fand den Bösewicht nicht so doll. Nee. Der Bösewicht, der war leider schwach. Der war echt schwach. Ja, ja, den fand ich nicht so gut. Der ist für mich so ein Softie-Typ, wo ich denke, den kann Tom doch jetzt einfach überfahren da mit seinem gelben Auto. Aber er schafft er ja irgendwie nicht. Das war auch ne tolle Szene da, diese Verfolgungsjagd. Ja, die ganze Rom-Verfolgungsjagd. Ich fand schon die erste 20 Minuten, ich fand das in dem U-Boot geil. Dann kommt die Sache auf dem Flughafen. Wahnsinnig intensiv, geil. Ähm, die Action-Szenen, ja, da hat man schon ... Also, da kommt er gegen den Sechsten nicht mit. Aber den Zug und den Drive, muss sagen, den hat er drauf gehabt. Das ist auch so schade, ne? Dass man so sieht, dass der Berg CGI ist, obwohl er da wirklich diese Rampe fährt. Ähm, aber gut, so ist das Leben, ne? Welcher ist denn der Sechste, dein Liebling? Fallout. Ist das der, wo er am Ende unter den Huchschrauber an diesem ... Ja, durch den Canyon da. Der Sechste ist für mich nur Marsch ans französische Action-Kinos. Der Bock braucht. Komplett an Belmondo. Ist er da auch? Ist es auch der Teil? Ja. Okay. Und das Ding ist, ich hab den im Kino gesehen und dachte noch so, hm, irgendwas ... Irgendwas ist diesmal nicht so ganz. Ich hab mir die ersten 15 Minuten angeguckt und hab seitdem nicht weitergeguckt. Was ein kleines Wunder ist, ehrlich. Ich find, der ist halt sehr formelhaft. Du kannst ihm eigentlich nicht vorwerfen, weil der hat alles drinne, was Mission Impossible hat. Aber das macht ihn auch gleichzeitig so ... Ja, so ein bisschen belanglos und 0815. Also der ist wie so eine Mission Impossible Checkliste, wo überall alles abgehakt ist. Bei Bond fällt's nicht so sehr auf, weil man das gewöhnt ist, dass es halt eine festgelegte Formel ist. Aber bei denen ist mir das auch schon aufgefallen. Ich finde aber, der ist in der Action zurückgenommen. Ja? Ja, es geht mir gar nicht immer so um die Action. Aber es ist so dieses ... Du hast die Szene, wo Tom Cruise aufm Dach rennt. Du hast die Szene, wo Simon Peck seinen dusseligen Kram macht. Du hast die Szene mit der europäischen Autoverfolgungsjagd in der Stadt. Ja. Irgendwie, du hast so den Stunt of the Week mit dem Motorrad und ... Das meine ich. Es ist alles so formelhaft. Das Team ist zu kurz gekommen diesmal, ne? Oder? Ja, schon. Die waren so ein bisschen am Rande. Es gab halt ... Der Bösewicht war uninteressant. Und das Problem ist, dadurch, dass der Film zweigeteilt ist, fehlt auch so ein bisschen eine Fallhöhe. Weil, dass jetzt Tom Cruise nichts groß passiert, damit er im letzten Teil auch noch auftreten kann. Gut, das kannst du eh mal sagen, dass dem nichts passiert, ne? Der Plot-Armor. Aber das hat dem Film auch nicht so gut getan, dass das dann irgendwie ... Du weißt, da kommt noch mal was. Der ist nicht abgeschlossen. Aber ohne jetzt hier spoilern zu wollen, dass ... Ich hab's nicht gesehen. Es schaffen ja nicht alle Figuren. Und das hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Das fand ich auch überraschend. Deswegen würd ich dem auch wieder ein paar Pluspunkte attestieren so. Ich hab halt direkt danach noch mal den sechsten bei mir zu Hause auf dem Fernseher geguckt. Und ich saß da und hab bei mir zu Hause bei dem Stunt, von dem ich weiß, dass er gar nicht eigentlich so ist, wie er mal ursprünglich ausgeführt worden ist, nämlich diesem Halo-Jump. Ich hab da Gänsehaut bekommen, wenn er sich da mit Henry Cavill versucht, über Paris durch die Luft zu fetzen. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Actionfilme dieses Jahrtausends. Vielleicht bin ich am meisten Fan von Fury Road, vielleicht kommt danach für mich schon Fallout. Jetzt mal die ganze asiatische Sache, da kann man vielleicht noch mal ganz neu rangehen. Da jetzt ganz spontan ins Blaue gequatscht ist Fallout und Fury Road sind für mich ganz weit vor. Ja, und ich find halt ... Weil die einfach getrickst wird, okay. Aber die wissen einfach diese Dynamik und diese Dramaturgie und die, weiß nicht, die haben's auf der Pfanne. Aber der ganz große Flash, die ganz große Gänsehaut, wie bei Fallout. Ja, wenn sie da am Peikestollen hängen. Absolut nicht. Wenn sie da am Hubschrauber hängen. Ja. Wenn sie durch Paris auch noch mal hetzen irgendwie. Oder ich glaub, das ist auch Paris. Und so weiter und so fort. Nee, jetzt ... Bei Fallout. Bei Fallout, ja. Ähm, das fand ich wirklich ... Das hat einfach noch mal einen kleinen Schubintensität mehr gehabt, als jetzt der Teil 1. Und ich glaub, da geb ich dir auch recht. Das Problem ist halt, durch dieses Teil 1 und dieses relativ offene Ende, was dieser Film hat, weiß man noch nicht so ganz ... Was hat man da jetzt eigentlich gesehen? Worauf steht man jetzt so? Ja. Mal gucken, wenn er den Zweiten hinterher schiebt, ob man den ersten dann auch rückblickend noch mal anders betrachtet. Das glaub ich halt auch. Ja. Das glaub ich halt auch. Deswegen ist er bei mir halt noch nicht so weit oben gelandet. Ja, ich hatte damals Fallout in meiner persönlichen Facebook-Liste auf Platz 1. Ja. Das weiß ich noch. Und das war jetzt für mich so, ist es Mission Impossible? Oder ist es doch The Whale? Oder ist es doch Killers of the Flower Moon? So, damit hätten wir, glaub ich, alle neunten Plätze abgearbeitet. Steven hat dem auf acht. Das heißt, er kriegt noch mal drei Punkte, damit führt er jetzt. Es ist trotzdem völlig überdurchschnittliches Kino-Entertainment, wenn du dich sacken lassen willst. Ja, und ich ... Und es ist auch selbst für einen Zweiteiler ein zufriedenstellendes Ende. Man kann damit leben. Ich war nur überrascht, dass der halt dann doch nicht so den Nerv des Publikums offensichtlich getroffen hat. Das versteh ich auch nicht. Vor allem ein Jahr nach Top Gun 2, der ja sehr glatt ist und formelhaft. Der mir gefällt, ne? Aber wo ich dachte, gut, da ist jetzt wirklich ... Das ist ein Film, der ist so perfekt und glatt. Ist halt unglücklich, eine Woche vor Babenheimer zu starten. Ah, so war das, ne? Ja. Das war halt wirklich ... Ist halt weggeprügelt worden. Ein bisschen. Find aber nicht, dass das das gleiche Zippo bekommen ist. Sowohl Babenheimer, Oppenheimer ... Das sind nicht die Leute, die sich zwangsläufig, die sich ein halbes Jahr auf Mission Impossible achten. Ja, Mission Impossible ist ja vom Start weg nicht so gut gelaufen. Ein Mission Impossible-Film, muss ich sagen, ist aber auch so etwas, da geht meine Mutter auch rein, weil sie halt irgendwie was ... Echt? Ja, ja. Weil sie Spektakel irgendwie gucken möchte. Also meine Mutter wird sich ein Mission Impossible mit Tom Cruise und eben der Qualität, die diese Filme ja eigentlich wirklich seit Jahren immer weiter steigern, ähm, würde sie sich eher angucken als ein Fast and Furious zu machen. Meine Mutter braucht ein Mission Impossible. Ja, das ist ja klar, find ich. Aber ich fand ihn auch nicht so gut. Also meine Eltern gucken sich eher so, keine Ahnung, The Crown, den Film an oder so. Ja. So, jetzt haben wir schon ein bisschen gequatscht. Ich würd sagen, wir machen kurz einen kleinen Break, der euch gar nicht so sehr auffällt da draußen. Aber ich muss eine Frage mit der Regie abklären und ich glaube, ihr würdet bestimmt der eine oder andere oder die eine oder andere noch mal auf die Toilette müssen. Dementsprechend, wir melden uns sofort in ein, zwei Sekunden wieder zurück. So, da sind wir wieder zurück. Also, äh, Steven hatte Mission Impossible 7 auf der 8, deswegen hab ich dem schon mal drei Punkte gegeben. Er kriegt noch mehr. Ja, ja, er kriegt noch mehr. Wir sind, äh, bei den Plätzen 8 angelangt. Und da können wir jetzt direkt erstmals mit Andi weitermachen, der auf Platz 8 Guardians of the Galaxy 3 genommen hat. Was ihm dann jetzt einfach mal drei Punkte ... Ja, ich bin da so ähnlich, also nicht ganz so emotional dabei, was den Film angeht, wie Antje. Aber ich weiß nur, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr so richtig bei Lust und Laune war, als ich den geguckt hab. Ich dachte so, naja ... Ich fand die ersten beiden okay, ich fand den ersten ganz gut, den zweiten nicht ganz so gut. Und dachte, ich bekomm wieder so was. Und dann hörte ich halt, okay, großes Thema Tier, Leid und so weiter. Und ich dachte, okay, die machen eine Origin-Story wahrscheinlich mit Rocket. Und dann wird der da irgendwo misshandelt. Ich so, darauf lass ich mich nicht ein. Die kriegen mich nicht damit. Und dann sitz ich im Kino. Und dann gucken diese ganzen Tierchen da einen groß an. Und dann kommen die bösen Betreuer und reißen die da raus. Und ich so, verdammt. Also kurz gesagt, der hat mich doch emotional berührt, was ich nicht gedacht hätte. Und obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass das Top-Ten-Film für mich ist, find ich, fühlt er sich ganz gut an der Stelle trotzdem an. Kann ich unterschreiben. Ich war, den ersten Teil fand ich ganz gut. So, okay, so für einen Marvel-Blockbuster. Den zweiten Teil fand ich überhaupt nicht gut. Den fand ich überhaupt nicht. Also, der hat mir nichts gegeben. Und beim dritten war ich komplett ohne Erwartung, aber aufgrund des latenten Hypes, der da so schon ein bisschen durchgeschwungen ist, hab ich mir den dann angeguckt und war dann positiv überrascht, dass der irgendwie die richtigen Töne trifft. Aber wie es halt so ist bei diesen Marvel-Blockbustern, das ist halt ... Die sind unterhaltsam, die guckst du dir an, bereust es dann auch nicht, dass du gesehen hast. Aber es sind halt leider nicht so Filme, die bei mir ... Ich kann mich jetzt noch an kaum ... Ich kann mich noch an diese Rocket-Szenen da hinter Gittern erinnern. Aber ansonsten hab ich schon wieder fast alles vergessen, was in diesem Film passiert ist. Da bleibt leider bei mir immer nicht so viel hängen. Oh, der Bösewicht war gut. Also, meine Lieblingsszene mit Abstand, wo er mit dem normalen Auto losfahren muss. Das ist das, was bei mir fahren ist. Das weiß ich schon gar nicht mehr. In dieser normalen Siedlung, Wohnsiedlung. Und er muss mit dem Auto losfahren. Und es ist einfach eine Szene in einer Siedlung, auf der Erde, gefühlt zumindest. Da steht ein normaler Volvo oder was das ist. Und da müssen die Guardians sich da reinquetschen. Und er muss dann den Schlüssel umdrehen und mit dem Volvo los. Das war ein Highlight für mich. Da in der Siedlung war das. Ansonsten verfängt das bei mir nicht so mit den großen Gefühlen. Weil ich weiß, auf Erde 2 oder im Paralleluniversum gibt's noch mehr süße Tiere. Und unter Umständen auch die gleichen. Und ein Tod im Superhelden-Genre heißt nie wirklich ganz Tod. Deswegen hab ich schon bei Iron Man nicht heulen müssen im Kino. Also, dieses schlimme Finale von Endgame, was so traurig war, das ging mir so ein bisschen am Arsch vorbei. Zumindest was die Tränendrüse betrifft. Aber der Film hier, ich war gar kein Fan von Teil 1 und 2, und der hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Weil den fand ich auch richtig gut, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich krieg immer noch Gänsehaut bei dem Ende mit Dog Days are over. Ich find das einfach ein schöner Moment. Das ist ein schöner Film, da gibt's gar nichts. Und das ist mit Abstand für mich der Beste von den drei Guardians. Vielleicht auch einer der besten Marvels überhaupt. Top 10 auf jeden Fall wäre das bestimmt bei mir. Ja, wunderbar. 10 Marvel-Filme. Bei Andi ist er auf jeden Fall auf Platz 8. Dann haben wir, Tino hat den Beasts, den Asbestas. Ach, sehr schön. Den hat er auf 8 genommen. Sehr gut. Das wären dann drei Punkte für ihn, ja. Drei Punkte für den. Und wenn ich's jetzt richtig, richtig verstehe, liebe Regie, obwohl, nee, machen wir erst mal mit Tilos Platz weiter, weil der andere Film ist von euch ... Zum Thema Beasts, da haben wir vorletzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Genau, in Folge 1459, glaub ich, ja. Ähm, der ist auf jeden Fall auch ein starker Film. Mhm. Sollte man sich mal anguckt haben. Gut, das ist ein gutes Ding. So, dann hat Tilo auf der 8 ... Weiß es nicht. Godzilla minus One. Ja. Das heißt, der kriegt noch mal drei. Eins, zwei, drei. Und führt jetzt grade die Liste an mit sechs Punkten. Ja, Godzilla minus One. Ähm, ich fang mal mit dem an, was ich nicht so gut fand. Ich hätt gern mehr Action. Den können wir noch ein bisschen ... Sollen wir den noch schieben? Den können wir noch schieben. Der kommt noch ein paar Mal vor. Dann schieben wir den. Ja? Ähm, dann würd ich nämlich weitermachen mit dem Platz acht. Und ich hoffe, liebe Regie, das ist jetzt richtig. Auf dem achten Platz müsste Etienne Babylon haben. Ist das richtig? Ja. Den hat nämlich Antje auch auf Platz acht. Das würde dem Film jetzt schon mal auf Anhieb sechs Punkte bescheren. Und das find ich toll. Weil, ähm, ich hatte gedacht, dass der ein bisschen untergehen wird in diesem ganzen Wust aus Filmen in diesem Jahr. Weil er ja auch, sag ich mal, an der Kasse kein großer Erfolg war. Von den Kritikern, grade in Amerika, auch echt gescholten wurde. So ein bisschen. Ja, weil in den USA liebt man Liebesbriefe an die Hollywood. Und keine Hassbriefe. Also ... Ja, also da hat man's nicht so gern, dass man halt irgendwie ein bisschen vorgeführt wird. Aber dieser Film macht meiner Ansicht nach alles. Er zeigt halt Hollywood nicht nur, wie's schrecklich ist, sondern halt auch eben, wie's geil ist. Und das find ich in dem Film cool, weil es für mich eben auch das widerspiegelt, was Chazelle eigentlich schon immer macht, Widersprüche aufzeigen. Wir hatten diesen jungen Mann, der Leib und Leben riskiert, um perfekt trommeln zu können. Wir hatten dieses Liebespaar, das eigentlich füreinander bestimmt war und trotzdem auseinandergegangen ist. Und wir hatten diesen Mann, der auf der Erde eigentlich, ja, ne Menge Dinge zu klären hat, aber erst mal ins All geflogen ist, um dort mit diesen Dingen abschließen zu können oder um diese Dinge verarbeiten zu können. Also es ist halt wirklich ... Welcher Film war das denn? First Man. Oh ja, auch super. Stimmt. Ja. Also, ähm, ich fand halt ... Ich find halt, Chazelle hat schon immer über ... von Widersprüchen erzählt. Und Hollywood ist ein Widerspruch. So. Ja. Und ich ... Dieser Film in der ersten Stunde hat der mir so gut gefallen. Das ist so durchgerauscht irgendwie. In der zweiten fand ich ihn ungeheuer witzig. Die dritte Stunde ist halt irgendwie das, was ihn halt so ein bisschen abflachen lässt, wo ich halt gedacht hab, ja, da hast du ein bisschen Zeit eigentlich verballert. Ja, aber das war doch sehr intensiv da, wo sie in die Hölle hinabsteigen. Ja, ja. Eins, zwei ... Ich mochte einfach irgendwie diese Bildgewalt. Irgendwie fühlt er sich an wie so ein ... Epos. Irgendwie so, ähm ... Ich konnte also beim ... Ich hab den ja nur einmal geguckt. Und da war ich schon ... Also, du wusstest einfach nie, was passiert. Ich konnte den auch irgendwie nicht so richtig einschätzen, was will der mir eigentlich erzählen. Der war so ein bisschen ... Ähm, drüber. Aber irgendwie fand ich dann auch ... Ähm ... Ja, der ... Irgendwie hat er so eine Magie auf mich ausgeschaltet. Schon diese erste Szene da mit dem Elefanten und so. Das fand ich schon so überragend gemacht. Und, ähm ... Ja, keine Ahnung, dann der Cast ist natürlich auch super. Brad Pitt und, ähm ... Margot Robbie und alles. Das hat schon irgendwie ... Ja, irgendwie hat er mich in seinen Bann gezogen. Ich kann's gar nicht so genau sagen, was es ist. Es könnte ein ähnlicher Film, könnte genau fürs Gegenteil an Emotionen sorgen. Aber ich mochte den und hab da wirklich ... Der hat mich voll aufgesaugt irgendwie. Und das fand ich ... fand ich gut. So, dass der ... Und am Ende ... Das Ende fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich geb dir recht, der dritte ... Also, der Endakt ist der schwächste vom Film. Aber ... Also, ich find, das ist ein Film, den man sich schon mal ... Und zwar immerhin so, dass ich nach zwei Stunden wirklich nötig eigentlich aufs Klo musste. Aber das Gefühl hatte, ich kann hier keine Sekunde aus dem Film rausgehen. Weil, auf welche Szene soll ich jetzt verpassen? Ja. Du hast den sogar schon auf sieben, seh ich. Das heißt, der kriegt jetzt noch mal vier Punkte mehr. Ja, ja, genau. Ich hab den auch, ähm ... Da muss ich sagen, da sind doch meine Top-7 ziemlich klare Filme. Weil mit Platz sieben fängt das dann bei mir an, dass Babylon ist ein ganz klarer Jahresfavorit bei mir, ohne Wenn und Aber. Das ist auch nicht irgendwie so was, wo ich überlegen musste, tue ich den in die Top-10 oder nicht? Weil das war mir schon im Januar klar, dass der bei mir in den Top-10 landen wird. Also, ich begeistert. Ich begeistert, aber auch gefordert. Ja. Du musst auch da erst mal das sacken lassen. Du kannst nicht rausgehen und sofort sagen, so und so und so und so war das. Da musst du erst mal so, äh, wie jetzt? Also, ich meine auch, dass der historisch natürlich so viel durcheinander würfelt, und offensichtlich ja auch bewusst, der will dich da in so einen Strudel reinziehen, der ist dann mehr emotional beim Thema als historisch korrekt oder dokumentarisch. Und auch das sagt ja eine Menge über Hollywood aus. Also, fand ich, äh, echt überragend. Witzig. Mir war bis eben grade nicht bewusst, dass es da um Hollywood geht. Ich hab den immer nur von Weitem geguckt und dachte, Babylon ist das so. Dann hab ich ein paar Bilder gesehen. Ich dachte, okay, 20er-Jahre, glorreichen 20er, hab ich jetzt auch hunderttausendmal schon gesehen, brauch ich nicht. Hast du den Film denn gesehen oder nicht? Nee, nee. Das ist quasi der Übergang vom Stummfilm auf Ton. Warum guck ich denn nicht? Okay. Aber wie gesagt, das ist nicht historisch korrekt. Du kannst nicht sagen jetzt, das muss ja das und das ... Also, manchmal werden Sachen so wie Marilyn Monroe, irgendwas stimmte da auch ganz klar von den Jahreszahlen nicht. Und dann denk ich so, das sind so Jahreszahlen, die ja wirklich fast jeder weiß oder die du sofort nachforschen kannst. Und dann stimmt da was nicht. Der Film kam doch nicht in dem Jahr raus. Oder ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und dagegen verstößt er grundsätzlich. Nö. Trifft aber insgesamt die Atmosphäre da durch. Durch diesen ganzen Wahnsinn. Nicht auch wichtiger, ehrlich gesagt. Mein Therapeuter hat mir ein Buch empfohlen. Das passt wahrscheinlich total zum Thema. Mal die Lichtspiele. Das wär jetzt grade ganz hoch in den Charts. Ich hab grad den Autor vergessen. Da geht's halt auch um die Geschichte des Films in Deutschland. Ich glaub, über Papst. Echt? So früh geht das los? Ja, ja. Wow. Und ich dachte, ich erwähne das mal, falls das jemand interessiert. Es soll aber auch richtig toll sein. Lichtspiele, das Buch. Sehr interessant. Eher deutscher Film quasi. Ja, geil. Antje, was möchtest du noch zu Babylon hinzufügen? Hinzufügen die großartige Musik. Ja. Ich glaube, wenn man die nicht erwähnt bei dem Film, hat man was vergessen. Und dass Damien Schlesell einfach Schlussbilder kann. Also das muss man sagen. In dem Fall eigentlich auch mehrere, ne? Ja, ja, genau. Also die letzten fünf bis zehn Minuten fand ich überragend. Das hat durchgedreht, oder? Ja, voll. Und ich muss auch nach wie vor sagen, Damien Schlesell hätte es sich erlauben dürfen, einen Ausschnitt aus einem seiner Filme da reinzupacken. Er hätte es sich erlauben dürfen. Es hätte auch total zu dieser ganzen, ja, zu diesem selbstverliebten Hollywood einfach gepasst. Aber ich finde es schon eine Form von Understatement. Ja, natürlich. Aber er hätte es sich erlauben dürfen. Es ist aber auch kein Kritikpunkt, dass er es nicht gemacht hat. Drei Filme wäre das vielleicht ein bisschen auch gut. Und es gibt ja Leute, die ihm schon diese Art und Weise, wie er es so gemacht hat, vorwerfen, dass es ein bisschen überheblich ist. Es gibt ja auch Leute, die werfen dem alles vor. Und ich glaube, dass das ein Film ist, den man vielleicht wiederentdeckt in ein paar Jahren. Ja, glaube ich auch. Das kann ich mir vorstellen. Und Margot Robbie ist natürlich, ich meine, diese Szene, wo sie da heulen soll auf Knopfdruck, also ... Super. Na, da gibt's so viele Highlights, ey, in dem Film, ne? An Einzelszenen, die du so rausnehmen kannst. Dann sagst du, guck dir doch einfach mal die 15 Minuten an. Und die sind schon in sich absolut tot. Ach, diese Tanzszene da, diese Partyszene am Anfang. Allein choreografisch, wie die Kamera da durchfährt durch die ... Das ist schon krass. Der Elefant, dieser Anfang, dieses, sagen wir mal, Verkehren auf der Party. Da gibt's ja einige Highlights. Wer hat den denn geschrieben? Auch er? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hat er auch geschrieben, ja. Also, der hat ja viel gemacht. Also, der hat richtig viel an diesem Film gemacht. Und das ist auch etwas, was ich nach wie vor, ey, was ich so fast schon zum Kotzen finde, wie sicher der mit seinen Sachen umgeht, ey. Das ist frech, oder? Der ist ja auch relativ jung, ne? Der ist jünger als wir alle. Was soll das? Der ist so jünger, der ist Mitte 20 gewesen, als er hier Dingels gedreht hat, oder nicht? Ja, das macht's ja nicht besser. Ja. Das war eine Bestätigung dessen, was du gerade gesagt hast. Aber ich weiß, was du meinst. Man hat so auch das Gefühl, wenn der das pitcht, dieses Projekt, und sagt, ich will das so und so machen, dann würde das da irgendwie ... Normalerweise würde ihm Leute sagen, Digga. Ja, ja. Also, ganz ehrlich, ein echter Elefant, bist du bescheuert? Also ... Und Brad Pitt und dann auch noch Margot Roy. Ja, klar, was willst du noch? Ja. Aber er kriegt das dann so ... Ne? Er kriegt 100 Millionen, um diesen Film zu machen. Um zu sagen, ey, Leute, ihr seid eigentlich alles scheiße. Und Leute sich dann auch wirklich angegriffen fühlen von diesem Film so. Aber hoffentlich krieg ich dann noch mal 100 Millionen, nachdem das jetzt so scheiße lief. Ey, und vor allem, nach diesem letzten Drittel von diesem Film möchte ich einen Horrorfilm von Damien Chazelle sehen. Das stimmt. Oh ja. Denn das war Horror pur. Das war wirklich Horror pur. Das war Horror pur, ja. In diesem Arschloch von L.A. Ja, ja, ja. Das wirklich ... Ey, Andi, guck dir den Film an. Ja, ich bin total heiß jetzt, nach einem, was ihr gesagt habt. Ja, wird dir gefallen. Gut. Denk ich ... Man soll's nicht sagen, es gibt ja auch so viele, die dann, hä, was wär das? Das ist Andi schlecht. Meinst du, dem gefällt das nicht? Das ist nicht so leicht, ein Film zu finden, der ihm gefällt. Nee, echt? Mhm. Deswegen auch nur acht, ne? Acht Filme. Nö, das war einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ohnehin wenig ... Ach so, die acht ... Es gab einfach nicht genügend Filme dieses Jahr für mich. Ja. Aber wir sind ja schon bei sieben. Also, für dich war das ... Kam aber nicht dieses Jahr raus. Babylon? Doch, in Deutschland schon. Sieben. Ach so. Wir sind ja schon bei Platz sieben. Du hast jetzt Babylon auf Platz sieben. Ich hab auf Platz sieben, genau. Tino hat auf Platz sieben einen Film namens Sabta Zagaradace Ello. Zeit A und Zeit B. Das ist ein Film über eine Liebesgeschichte von zwei ... Von einem Mann und einer Frau aus dem Mittelstand. Er hat, glaub ich, einen Unfall gemacht, kommt daraufhin in den Knast und dann der zweite Teil zeigt, was passiert, wenn er aus dem Knast zurückkommt. Lief wohl im Abstand von wenigen Wochen im Kino. Ich hab ihn nicht gesehen. Müssen wir so hinnehmen. Ist Tino der Einzige, der ihn irgendwie rausgesucht hat? Was ich an Tinos Jahresbesten dessen immer so toll finde, ist, dass man anhand der Liste weiß, dass es seine ist. Mhm. Also, das fänd ich manchmal spannend zu sagen, wir zeigen ... Also, wenn man noch andere gefragt hätte, hätte man so Listen gezeigt und von wem ist die? Und Tino hätte sich einfach überhaupt nicht. Der hat gar kein Pokerface. Also, das find ich immer sehr schön. Ähm, Steven hat auf Platz sieben ... Ne, wir sind auf Platz sieben, oder? Ja. Zehn ... Ne. Oh. Also ... Du sagst es eben, mein Babylon wäre auf Platz sieben, nachdem Antje's Babylon auf Platz acht war. Das heißt, bei mir ging's dann mit sieben los, bei dir war's ... Ich glaube, Daniel hat seinen Platz acht nicht genannt. Kann das sein? Noch nicht, noch nicht. Ähm, ich wollte noch einmal kurz nachdenken, weil Steven hat auf Platz ... Mel ist ... Es ist Platz sieben bei Steven, äh, Mission Impossible sieben. Ah, sie hat mich schon geschickt. Das ist sein Platz acht. Okay, dann kriegt der noch mal ... Drei. Drei Punkte. Drei Punkte. Drei Punkte. Alles klar. Steven hat auf Platz acht ... Dings. Und hat auf Platz sieben, hat er Bottoms. Hat den einer von euch gesehen? Ja, gesehen schon. Das ist so eine Komödie, die auf Amazon ... Das ist der Lesbenfilm? Das ist der Lesbenfilm? Ja. Äh ... Ich muss sagen, da will ich mich jetzt ... Fachkraft, das spricht doch. Ja, aber da möchte ich jetzt kein Urteil mir erlauben. Okay. Sieben. Deswegen kriegt der vier Punkte. Ich fand den auch nett. Nur ... Also, es hat mich ein bisschen an einen vielleicht etwas schwächeren Booksmart erinnert. Ich fand die einen Tick stärker als Booksmart. Aber in der Liga schon, oder? In der gleichen Liga. Jetzt kommt auch meine Frage. Die junge Dame rechts gerade, die auch bei The Bear mitspielt. Da ist sie mir das erste Mal aufgefallen. Ja. Ähm, jetzt hab ich gehört, dass die sogar auch schon Regie führt bei The Bear teilweise. Ja. Hängt die da irgendwie mit drin in dem Film? Nee, nur die andere, die Rachel Semnott, die hängt mit der Regisseurin so ein bisschen zusammen. Die haben schon diesen Shiva-Baby gemacht. Und, ähm ... Ja. Okay, ich weiß grad nicht ihren Namen, aber die ist so toll. Ja. Die junge Dame. Also, da hab ich Bock drauf. Ja, guck dir den an. Der wird dir, glaub ich, gefallen. Warum stand da Cocaine Bear? Ist das die Regisseurin von Cocaine Bear? Nee, nee, nee. Gott sei Dank nicht. Weil Frau ... Wer ist es? Kriegt die danach noch? Kriegt die danach noch? Glaubst du, die kriegt danach noch wie ein Dreh? Weiß ich nicht. So, Steamhammer 7, äh ... Nach Cocaine Bear? Ist doch so mega gefloppt Cocaine Bear. Alle haben gedacht, das kann doch super lustig werden. Aber der lief doch ganz gut in der USA. Ja, in den USA? 40, 50 Millionen, oder was? Weiß ich nicht. War das so ein gigantischer Flop? Cocaine Bear war ein Flop. Also, vielleicht hab ich eher so das ... ähm ... Kritische ... Steven ... ... damit jetzt im Hinterkopf. Aber ich hab gedacht, niemand mag den. Und jeder war enttäuscht. Du warst nicht enttäuscht? Pff, was hab ich da erwartet? Ich fand's ganz lustig. Ja, ich fand's halt sehr kartonistisch. Ich hätt gedacht, das wär ein bisschen gröber. Ja, ja. Welche? Cocaine Bear. Also, die achte, Daniel, sind alle durch. Nur deiner fehlt noch. Okay. Ich mach's kurz. Auf meinem Platz acht ist Killers of the Flower Moon. Auf acht? Auf acht, ja. Über den werden wir aber noch mal reden. Deswegen geb ich ihm hier an dieser Stelle erst mal drei Punkte. Ja? Hater. Ich weiß. Ich weiß. Aber ... Ich hab ihn ja nicht mal gesehen. Du bist Hater, ohne ihn gesehen zu haben. Ich hab ihn gar nicht gesehen. So. Deine sieben haben wir. Tilos sieben haben wir. Stevens sieben haben wir. Andis sieben ... War Guardians, oder nicht? Nee. Andis acht ist Guardians. Andis sieben ist ... Godzilla. Meines Mon. Godzilla. Ähm ... Auf den würd ich später noch zurückgucken. Ja, ich dachte mir ... Dann würdest du wahrscheinlich später noch mal wissen. Dann kannst du hier so eine halbe Stunde ... Mach ich auch allein. So. Sieben Punkte sind vier, ne? Jawohl. Eins, zwei, drei, vier. Wenn man keine Mathe kann, ne? Ja. Ist schwierig. Es muss immer elf ergeben am Ende. So. Killers of the Fall war mein Achter. Ähm ... Eddie, du hast auf Platz sieben ... Talk to me. Oh, den hab ich auch vergessen. Na ja ... Der ist absolut ... Richtig schöner, guter Horrorfilm. Ist der beste Horrorfilm, der dieses Jahr rausgekommen ist. Meiner Meinung nach. Naja, also der andere, den muss ich ja wieder streichen. Aber, ähm ... Ja, ist jetzt auch kein überragender Film. Und in einem besseren Jahr, oder wenn ich mehr gesehen hätte, wär der auch vielleicht rausgeflogen. Aber ich fand, der hatte ein paar richtig gute Szenen. Ähm, die ich so in der Form auch noch nicht gesehen hab. Spielt schön mit den Erwartungen, hat einen guten Spannungsaufbau. Und, ähm ... Finde, dass der das auch dann rund zu Ende bringt. Was ja oft ein Problem bei Horrorfilmen ist, dass die mal irgendwie eine gute Szene haben oder so. Aber ich hab so viele Horrorfilme dieses Jahr gesehen, die irgendwie gut anfangen und dann irgendwie komplett im Desaster enden. Und, äh, da war ich dann schon erleichtert, dass der Film das einigermaßen rund zu Ende bringt. Und, ähm ... Ja, der ist eigentlich genau das, was man erwartet. Und, äh, wir werden eine Fortsetzung kriegen, 100 Prozent. Kriegen wir. Siehst du? Nächstes Jahr, glaub ich, schon, ne? Äh, ich weiß gar nicht. Die hatten eigentlich schon eingetütet, dass die den nächsten Streetfighter-Film machen. Es gab doch schon den Titel von Talk to Me ... Wie ... Nee, ich glaub, du meinst den Titel von It Follows. Genau. Das kann natürlich auch sein. They Follows. They Follow. Oder They Follow. Ähm, nee, aber der kriegt auch einen zweiten Teil. Ist für A24 eine richtige Erfolgsgeschichte. Haben die den produziert oder verdient? Die haben den ... Die haben den gekauft, glaub ich. Ah ja. Aber die haben halt nach Sundance, wo er glaub ich zum ersten Mal lief, haben sie die, äh, Rechte gekauft. Und, ähm, der war wohl ... Der hat für die echt gut funktioniert. Ja. Und ich muss halt auch sagen, ne? Zwei YouTuber, die halt echt ... ne Menge Arbeit und Zeit in ihre, ihre ... in ihren Stil und ihre Vision reingelegt haben, legen so ein Ding als ersten Film vor. Fehlerfrei. Ja. Fehlerfrei, kann man eigentlich sagen. Und das, was Ellie auch grade meinte, das Finale hat mich auch ein bisschen überrascht. Ist eigentlich naheliegend gewesen, man hätte es kommen sehen können. Ich bin normalerweise der Erste und sagt, okay, da kommt am Ende das. Aber was dann das Finale gestellt hat, so, das muss ich ehrlich sagen, hat mich positiv überrascht. Da dachte ich so, oh, ach ja, das kann man ja auch machen, natürlich. Ich kann Enden nie voraussehen. Das ist mir einfach nicht gegeben. Und welche Filme ich schon gesehen hab. Also, wenn ich das wirklich voraussehe, dann ist der Film, glaub ich, echt nicht gut. Ja, das ist bei mir genau so. Ich hab mal so eine Billigvariante gesehen von Dress to Kill. Und da war auch immer, da kam immer so jemand zum, eine Frau kam zum Psychologen und ich sagte immer, aber die Frau, die ist doch ein verkleideter Mann, das kann doch nicht sein. Und die ganze Zeit hab ich mich gefragt, die Frau ist doch ein verkleideter Mann. Und am Ende kam raus, die Frau ist ein verkleideter Mann. Moment, aber ist das der Bruce Willis-Film? Nee, das war wirklich so BC-Schiene in den 90ern. Und ich konnte nicht fassen, dass das die Auflösung war, was für mich total offensichtlich war die ganze Zeit. Aber das ist ja das Gleiche. Wie hieß denn dieser Bruce Willis-Film, der so einen riesen Hype bekommen hat, weil man das ein Löhres da sieht? Äh, Call of Night. Call of Night. Call of Night? Wo er den Therapeuten spielt. Call of Night. Und dieses ein ... Weil das ist ... Die Szene im Pool. Gleich im Gruen. Genau, Szene im Pool. Der Löhres im Pool. Der Löhres im Pool. Aber das ... Wo die Hauptdarstellerin bei Wetten das war, in einer Familiensendung, die Amerikanerin, und dann genau der Ausschnitt gezeigt wurde in der Familiensendung. Und sie saß dann da bei Gottschalk auf dem Sofa und dachte, das habt ihr doch jetzt nicht grad gezeigt. Das hat Gottschalk 100 Pro gesagt. Und es hat gar keiner geschnallt. Alle so, wieso, was? Und die konnte das nicht fassen. Ja. Also, Talk to me. Wir werden noch mal kurz drüber sprechen werden wahrscheinlich in der nächsten Hälfte. Aber, äh, find ich gut. Freut mich, dass er dir auch so gut gefallen hat. Wie gesagt, ich find das ein starkes Regie. Absolut. Mega. Ja. So, dann wären wir bei ... Antis Platz 7. Der identisches ... Nee. Antis Platz 7. Der aber auch gleichzeitig Stevens Platz 6 ist. Ich glaub, das kann man dann schon mal in einem Abwasch machen. Was muss mich raten? Stallgeruch? Was? Das Geruch der Pferde oder so? Irgendwas mit Pferden? Der Geruch? Nein. Stallgeruch. Hätte ein Treffer sein. Und ich find's schön, dass wir hier noch im Rahmen dieser Abschlusssendung über diesen Film sprechen werden. Denn, ähm, ich muss sagen, ich werd ihn mir jetzt die Tage noch mal mit meinen Kindern anschauen. Hm, ich weiß. Er ist halt wirklich für mich eine echte Überraschung. Und das sag ich aus voller Überzeugung, weil ich aus voller Überzeugung kein Musical-Fan bin. Aber Wonka? Ah, gut. Hab ich nicht gesehen. Ey, ich hab's nicht kommen sehen. Ich bin echt begeistert von diesem Film. Ich bin echt, ich bin überrascht. Ich freu mich drauf, den jetzt noch mal zu sehen mit den Kids, weil ich halt gespannt bin, wie die Kinder ... Sag Bescheid, ich komm mit meinen mit. Okay, machen wir. Ich hab Bock drauf. Geil. Ich hab extra jetzt am Wochenende haben wir Charlie and the Chocolate Factory geguckt. Ah, deswegen hat's den gelockt. Okay, cool. Weil das war the next best thing. Und der ist halt so, boah, ganz okay. Aber der ist halt schon ein bisschen ... Er ist nicht so gut gealtert. Aber Wonka hab ich Bock auf jeden Fall. Und ich mag ja auch Musicals. Also generell kommt immer drauf an was, aber hab zumindest nichts dagegen. Ja. Ja, Frequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Ach so. Von dem Macher von Paddington. Und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Also ... Wobei man ... Man kann ja vielleicht ein bisschen dieses ... diesen Status-Prequel ein bisschen abmildern. Ja, weil's eigentlich völlig egal ist. Es ist nicht ein richtiges Prequel. Wir kriegen hier nicht so eine psychologische, vermeintlich psychologische Erklärung wie bei Cruella oder so was. Nein, überhaupt nicht. Gar nichts. Also wir kriegen ein paar Informationen, was er vorher gemacht hat, bevor er die Schokoladenfabrik hatte. Und halt wie's dazu gekommen ist, dass er die Schokoladenfabrik kriegt. Aber wir kriegen jetzt nicht so eine psychologische Analysierung des Charakters. Und das fand ich echt clever. Genau, man kann den komplett losgelöst gucken. Man kann sich an den ganzen Kurzauftritten von ... Da ist übrigens der Schurke aus Guardians of the Galaxy 3, der hier den Anführer des Schokoladenkartells spielt. Ähm ... Und ja, du hast eigentlich in sehr wenigen Worten schon alles gesagt. Also es ist ein sehr herzliches Musical mit sehr eingängigen Songs, mit der Warmherzigkeit von eben den Paddington-Filmen, der so eine Fantasiewelt aufbaut, die genau wie Paddington, in der es ja total normal ist, dass einfach ein Bär durch die Gegend läuft und redet. Und hier ist es halt komplett normal, was hier passiert. Dass hier Schokolade fliegt beispielsweise oder dass eine Giraffe durch eine Kirche läuft. Ähm ... Mit Timothy Chalamet, ich muss sagen, ich hatte mich ... Er hat mich in letzter Zeit doch mit seinem Typecasting eher genervt. Er war gefühlt in jedem Film, hat in jedem Film den gleichen Typen gespielt. Hier hat er endlich mal Spaß. Und äh ... Musste er auch wieder lernen, hat er gesagt. Hat er ganz vergessen, wie man locker vor der Kamera ist. Echt? Weil er früher so ein Spacken war vor der Kamera. Ja, das ist kein Gefühl. Hat er sich abstrainiert und jetzt muss das wieder ... Habt ihr den auf Deutsch geguckt? Nee, sowohl als auch. Sind die Songs synchronisiert? Sind sie, aber sie sind gut synchronisiert. Ich hab's in beiden Fassungen gesehen. Okay, weil, das muss ich halt auch sagen, ich fand die Sprache, also das Englisch, das war teilweise schon sehr ... Wie soll man sagen? Bildlich. Ja, maßgeschneidert auf den Filmen. Aber sie haben's wirklich gut gemacht. Da gab's diese eine Szene, was war das noch mal, wo wir uns dann noch gefragt haben, wie können sie denn das übersetzen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber da gab's so ein ... Wirklich ein Wort, was halt auf Englisch mehrere Bedeutungen hat. Und wir saßen nach dem Film da und haben uns halt gedacht, oh, das krieg ... Ich weiß nicht. Ich weiß, es gab eine Szene, aber ich bin in ... Als ich den auf Deutsch ging, bin ich nicht drüber gestolpert. Also, es scheint gut funktioniert zu haben. Also, ich fand den toll und habe den Wonka-Soundtrack in Dauerschleife bei Spotify aktuell. Ich weiß noch, dass wir vor drei Jahren hier saßen und ich hab dich gesagt, frag Daniel, was sagst du aus dem Bauch aus, wer ist der größte Filmstar? Du hast natürlich rumgedruckst. Ich glaub, wir sind dann auf Leo am Ende gekommen. Ich glaub, mittlerweile ist das Timothy, Timothée, Timothée Chalamet. Der aktuell am Team der größte Filmstar. So gefühlt, gefühlt. Wer ist grad der größte Filmstar? Wer zieht am meisten Menschen? Wer hat am meisten Fans? Wer wird in die spannendsten Projekte oder die teuersten Projekte reingebucht und liefert da ab? Ich glaub, das ist ja schon. Ich glaub, du musst da outside der Bubble denken. Also, ich glaub, in der Film-Bubble schon, aber geh mal in ... Das ist ja immer mein Lieblingsbeispiel. Geh in die Fußgängerzone, frag zehn. Willkürliche Leute, wer Timothée Chalamet ist. Du wirst maximal einen finden. Ich glaub ... Hier in die Fußgängerzone. Aber wenn du den Bild zeigst, würden sie ihn erkennen, glaub ich. Glaub ich nicht. Ich glaub, das ist wirklich so ein Bubble-Ding. Wahrscheinlich doch Leo. Genauso wie alle denken, Florence Pugh ist der neue weibliche Superstar. Ist auch nur so ein Bubble-Ding. Würde ich nicht erkennen bei drei Bildern. Siehste. Florence Pugh? Eben. Ich glaub, man ist da immer sehr, sehr ich-bezogen. Wer war denn Florence Pugh noch mal? Midsommar. Midsommar. Ah, okay, 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 okay. Siehste, da brauch ich aber immer so ein ... Und Oppenheimer war sie auch, ne? Stimmt. Oppenheimer war sie auch. Und Black Widow. Aha. War sie auch. So. Hat sie auch nicht richtig gemacht. Also, Wonka ist bei Steven auf der sechs. Da fehlt aber trotzdem bei mir noch die sieben. Da hab ich Spider-Verse. Oh, schön, dass das jemand hat. Spider-Verse, Spider-Verse. Ja, den haben wir glaub ich aber noch mal. Ich hab ihn verpasst. Ich hätt ihn gerne geguckt. Deswegen, über den werden wir glaub ich noch mal über Dings reden. Sieben Punkte gibt dann vier, ne? Auf Platz sieben gibt vier, oder? Ja, es muss immer, ich hab doch gerade gesagt, es muss immer elf ergeben, Daniel. Das ist ganz einfach. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Das ist für mich ein Geheimnis. So, damit wären wir bei den Plätzen sechs. Bei den Plätzen sechs. Ach nee, du hast ja völlig recht. Sag ich doch, natürlich. Weil sieben bis zehn ist drei, aber es muss elf, weil's natürlich ... Ja! Richtig, Thilo. Antje hier, Mathematik. Und dann machen wir direkt weiter mit Antjes Platz sechs. Die hat nämlich Dungeons & Dragons auf Platz sechs. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das sind dann fünf Punkte. Richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, langsam fühlt sich's. So, den haben wir ja schon ein bisschen besprochen gehabt. Dementsprechend können wir da hier eine Pause machen. Dann hat Eddie auf Platz sechs einen Film, den er nachgeholt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Nämlich Puss in Boots, The Last Wish. Den hast du mit deinen Kindern gesehen, ne? Ja, der war sehr, sehr unterhaltsam und hat eine Menge kreativer Ideen, geile Action, coole Charaktere. Mir war's ein bisschen too much teilweise, weil der halt nonstop abgeht. Also, von der ersten Szene hier mit dem Monster mit der Glocke, das ist die allererste Szene, bis zum Ende ist halt ohne Ende passiert was. Aber der hat einen sehr guten Humor, hat einen interessanten Animationsstil und, ähm, ja, den Kids hat er auch megagut gefallen. Und ich hab halt ja schon gehört, dass der sehr, sehr gut sein soll, im Vorfeld von den Kritiken und so weiter. Und, ähm, ja, der hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Animationsfilm-Fan, aber der ging gut runter und hatte sogar ein bisschen was auch vor The Fields. Ja, kann man gut machen. Ähm ... Dazu muss man sagen, falls sich da draußen jemand jetzt wundert, der ist eigentlich aus dem letzten Jahr. Ja, aber ... Du hattest den beiden ja erlaubt. Genau, der kam relativ spät im letzten Jahr und er hat ihn halt noch nicht nachgeholt, aber das find ich fair in dem Moment. Aber deshalb ist er zum Beispiel bei mir nicht in den Top Ten. Bei mir auch nicht, ja. Sag mal, und das ist jetzt eine Fortsetzung von einem, von einem anderen Puss in Boots, von einem anderen Puss in Boots Film? Und wann ... Weil mir ist jetzt, mir ist das vorher nicht aufgefallen, ich find dieser, weil ihr's grade angesprochen habt, dieser Animationsstil, weil das ist ja quasi so eine gefühlt Mischung aus gescribbelt und 3D. Mhm. Was mich so ein bisschen an den Teenage Mutant Hero Turtles ... Ja, so ein bisschen. Nicht ganz so extrem. Und mich würd interessieren, ob beim ersten Teil das auch schon so ausgesehen hat, oder ob sie jetzt quasi zwischen eins und zwei einfach den Stil geändert haben. Haben sie geändert. Echt? Ja. Cool. Ja, den haben sie wirklich krass geändert. Und das, fand ich, hat dem Film auch echt wirklich gut getan. Ja, weil auch diese Schreckfilme sahen irgendwie ein bisschen komisch aus, vom Stil her. Ja. Deswegen find ich das ne coole, ähm, Weiterführung davon. Ja. Was ich gar nicht gedacht hätte. So. Aber da ist Eddie halt auch der Einzige, der den, sag ich mal, noch mal als Nachzügler ... Finde ich aber sehr sympathisch. Ich hab den bis jetzt nicht gesehen. Vielleicht komm ich dann ... Ich bin ein sympathischer Typ. Bei der Top 10 2024 noch mal drauf zurück. Ja. Auf Platz sechs steht bei Andi Oppenheimer. Ich würd sagen, den heben wir uns für die zweite Hälfte auf. Okay. Aber er kriegt schon mal fünf Punkte. Was nicht schlecht ist dafür, dass er zum ersten Mal genannt wird. Direkt. Also, äh, zeugt schon davon. So, wer fehlt? Wen hab ich noch? Äh, Tino hat einen Film namens Vidutalai. Brrr. Vibutalai oder Tabatitolo? Vidutalai. Und da geht es um einen Polizisten, der für eine Operation rekrutiert wird, um Perumal Vatiyar zu fangen, der eine Separatistengruppe anführt, die sich dem Kampf gegen die Behörden verschrieben hat, weil sie im Namen von Polizeiverhören Gräueltaten an unschuldigen Frauen aus dem Dorf verübt. Indien? Indien. Ja. Aber da ist Tino halt auch wieder der Einzige. Steven hatte Wonka. Jetzt sag doch mal, macht er das absichtlich? Nein, der findet das geil. Der findet das wirklich ehrlich alles ganz toll. Das ist aber auch kein Bollywood, ne? Das schien mir ein ernstes Ding zu sein. Du musst ja mittlerweile, musst du ja wirklich separieren. Sollte kein Vorurteil sein. Nein, nein. Ich hab das grade gesehen, wenn du, du hast ja immer diesen Reflex und du siehst so ein Drei-Stunden-Epos vor Augen, wo alles abgedeckt wird. Und das sah grade so eher bitter aus. Genau. Aber du würdest zum Beispiel zu einem Eberhofer-Krimi auch nicht sagen, das ist so ein typischer, ähm, weiß ich nicht. Tadort. Sörensen-Stil. Mhm. Oder ein Detlef Buck-Film. Ja. Sowas, ne? Also, und so muss man das auch sehen. Ich hab's auch unwissend, ich bin halt ignorant, was soll ich sagen. Aber diese ganzen Bundesstaaten, dass die halt alle ihre eigene Filmindustrie haben, das musst du ja auch erst mal raffen, ja. Interessant. Tamil, Telugu, Hindi, ähm, äh, Kanada. Also, es ist nicht die Sprache, aber es ist das Land. Und was weiß ich, also, es gibt so viele Staaten, die haben ihre eigene, ähm, ihre eigene Filmindustrie. Und das macht dann halt nicht nur Bollywood, was halt um die, äh, äh, um Mumbai, glaub ich, ansässig ist. Sondern es gibt auch noch Tollywood und Sandalwood und was weiß ich. Also, es gibt eine ganze Menge Filmbereiche. Und die unterscheiden sich dann. Und auch ein bisschen halt jeweils. Bollywood war jetzt für mich so ein Klischeebegriff. Das ist halt der Begriff, der sich halt durchgesetzt hat. Genau, was ich gesehen hab, ja krass sich unterschieden hat, ne. Deswegen, äh, für mich dann auch wieder tatsächlich interessanter, was ich grad gesehen hab. So. So Bollywood bin ich nicht so richtig der Richtige dafür. Was hab ich auf der Sechs? Äh, ne? Ein kompliziertes Ding. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, wie ... Aber ja, das können wir kurz abhaken. Auf der Sechs hab ich Guardians of the Galaxy. Was halt wieder fünf Punkte für den gibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Können wir kurz abhaken. Und dann würd ich sagen, als letzten Film, weil du bist der Einzige, der den hat, Evil Dead Rise ist bei dir auf der Sechs. Oh, ist der doch nicht so schlecht? Ja, die Meinung geht aufeinander. Mochtest du den ersten auch? Der erste ist für mich Top Ten aller Zeiten. Ich find den super, ja. Aber ich hätt nicht gedacht, dass die das wiederholen. Er meint das Remake. Das Remake ist für mich scheiße. Ach so, ich fand das Remake überraschend gut. Ich hab's mir jetzt gekauft, weil alle gesagt haben, jetzt guck dir das doch noch mal an, du auch. Ich hab mir die Blu-ray noch mal geholt, ich hab den noch nicht noch mal geguckt. Und ich hab, weil ich den gar nicht mochte, ähm, nichts, gar nichts Minus von dem Neuen erwartet, bin mit eigentlich schon Ablehnung rein. Mhm. Wurde dann positiv überrascht, ähm, mit Dingen, die ich an Evil Dead sehr schätze. Achterbahn, Spaß. Es gibt ein paar schöne Andeutungen, es ist wahnsinnig laut. Und es ist eine Form von Horror, die wirklich das Gegenteil von subtil ist. Nur auf die Zwölf in meinen Augen. Ich hab da gesessen, dritte Reihe, Szene dumm und bin weggeballert worden. Hat mir sehr gut gefallen. Hab den Film wie alle anderen in meiner Top Ten nur einmal gesehen. Bin nicht so einer, der's dann noch mal überprüft und noch mal und noch mal überprüft. Deswegen ist das mein Eindruck von dieser ersten, von diesem ersten Screening. Ist der denn so hart wie das Remake? Hart ist für mich so ... Ich fand den schon ganz schön. Es wird wahnsinnig viel gematscht. Es wird einfach wahnsinnig viel gematscht, das muss man schon sagen. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich mochte den Remake eigentlich ziemlich gerne. Und, äh, den fand ich richtig enttäuschend. Ja, genau. Also muss ich sagen, auch grad für ein Evil Dead, sowohl was die Härte angeht, fand ich den nicht ... Evil Dead würd ich auch nach dem ultrabrutalen Vorgänger ... Ich find den ja gar nicht brutal, den Vorgänger. Ich versteh's überhaupt nicht. Glaube nicht. Diese Blutdusche da. Ja. Ich fand ihn einfach überhaupt nicht brutal, dieses Remake. Den Anfang? Den ganzen Anfang? Den ganzen Anfang? Das find ich schlimm mit der Tochter da. Das fand ich auch schon ganz schön. Ja, und den Anfang find ich richtig gut und auch shocking. Und ich find das setzt sich überhaupt nicht fort. Dann diese, dieser durchgesteilte Hütte. Ich fand den halt auch, ehrlich gesagt, ich fand den auch null spannend irgendwie. Der hat für mich nicht funktioniert. Ich find das geil mit der Mutter und der Tochter. Das find ich total ne super Idee. Und ich mag auch diese, sagen wir mal, ethisch fragwürdigen Momente, wo mit menschlichen Körpern wirklich rücksichtslos umgegangen wird. Also, weiß ich nicht. Mir hat's richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, wie's jetzt wär, wenn ich's dann noch mal gucke. Aber das eine Mal fand ich echt toll. Aber es ist auch ein anderer Regisseur, vermutlich. Ja, Lee Cronin. Von dem ich aber auch diese ersten Filme nicht kenne. Der erste Film, wenn du diesen Hole guckst oder so, der ist wirklich strukturell ähnlich wie Dead Rise, ja. Ja? Ja, gut. So, und damit hätten wir sie, glaub ich, alle, oder? Mhm. Guardians, ja, ich red noch mal über Guardians, wenn wir noch bei der zweiten Hälfte drauf zu sprechen kommen. Hier haben wir noch mal die Übersicht. Ja, hier Andi, weil er halt eben nur acht Plätze hat. Guardians, Godzilla und Oppenheimer. Mainstream. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Da sind Antjes-Filme, Guardians, Renfield, Babylon, Wonka und Dungeons & Dragons. Oh, haben wir das? Doch, das haben wir eben glaub ich schon besprochen. Mhm. Ja. Ja. Wundervoll. Dann haben wir Tilo, Infinity Pool, Mission Impossible 7, Godzilla, Babylon und Evil Dead Rise. Babylon freut mich wirklich, dass der jetzt hier noch mal so prominent vertreten wurde. So, dann haben wir noch meine, ja, Dungeons, Rebel, Killers of the Flower Moon, Spider Wars und Guardians of the Galaxy 3, wo ich einfach nur noch einmal anschließen möchte. Ne, das mach ich beim nächsten Mal. So. Wir machen jetzt hier einen kleinen Break. Hey! Was denn? Achso, Entschuldigung, Eddy. Das ist eine elegante Grafik. Eddy hat noch mal ganz kurzfristig seinen letzten Platz geändert. Da haben wir Dungeons & Dragons, dann haben wir Godzilla, dann haben wir Babylon, dann haben wir Talk to Me und Puss in Boots auf der 6. Steven, Godzilla, Anatomie eines Falls, Mission Impossible 7, Bottoms, was mich freut, dass er auch noch hier vertreten ist und dann auf der 6, Wonka. Und Tino. Wunty Kondo, Bantikiti, Skina Maring, Anatomie eines Falls, The Beasts, wie gesagt, noch mal unsere Kino-Plus-Folge dazu mit der Besprechung. Antti und ich haben drüber gesprochen, noch mal anschauen, ist auf jeden Fall ein schöner oder sehenswerter Film. Ja, Sabda, Zagaradache, Ello und Vidu Talai sind halt Filme, die kennt nur Tino oder halt eben das indische Volk. Und in dem Sinne wird schon seine Berechtigung hier in dieser Liste haben. Alles klar, so, das war's erst mal für heute. Wir wünschen euch einen wirklich schönen, schönen und guten, entspannten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für die Treue und das Zuschauen in diesem Jahr. Aber seid gewiss, wir kommen ja noch mit der zweiten Hälfte zurück. Demnach nicht traurig sein, seid gespannt, was noch in der zweiten Hälfte euch erwartet. Und welcher Film dann vielleicht doch noch unerwartet weiter vorne landen wird, als es vielleicht jetzt schon der Fall ist. Momentan kann ich sagen, Godzilla und Babylon sind mit die erfolgreichsten, oder die haben mit die meisten Punkte gefolgt von Guardians of the Galaxy 3 und Wonka. Aber das kann sich alles noch. Hätte ich überhaupt nicht gewartet. Ja, aber ändert sich noch. Und Evil Dead, meinst du, war bis jetzt noch nicht so weit vorne? Ich glaub, Evil Dead wird nicht mehr als fünf Punkte holen. Und die sind von dir. Das ist ja lustig. Juts, in diesem Sinne, guten Rutsch. Und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.